Können wir uns darauf einigen. Und da muss man sagen, echt waren wir mit 18 jung und naiv. Das ist jetzt keine Werbung. So, eine neue Folge jung und naiv. Ich habe einen neuen Gast im Studio. Du bist aber kein ganz neuer Gast, du warst schon mal vor acht Jahren bei jung und naiv. Wer bist du nochmal? Wie alt ich bin? Nee, wer bist du nochmal? Entschuldige, ich habe es akustisch nicht gehört. Kannst du sagen, wie alt du bist? Ich bin 52, aber ich bin der Vorsitzende des Europaausschusses, grüner Bundestagsabgeordneter. Und mein Name ist Toni Hofreiter. Wie geht es? Persönlich geht es mir total gut, wenn auch politisch gerade die Zeiten als andere als einfach sind. Warum sind sie nicht einfach? Jetzt haben wir doch gerade Krieg. Putin greift ein Land an. Ist das nicht, es ging davon nicht einfach, sondern sehr einfach. Nee, es ist einfach. Also gut und böse. Weißt du? Es ist im Vergleich zu anderen militärischen Auseinandersetzungen, sind bestimmte Dinge klarer. Aber trotzdem gibt es um eine ganze Reihe von äußerst schwierigen, unter Umständen sehr, sehr weitreichenden Einschätzungen. Und es ist trotzdem, selbst wenn du sagst, es ist schlicht wie gut und böse, es ist trotzdem äußerst kompliziert. Und man muss sich sehr gut überlegen, was man tut in so einer Situation. Tust du das? Ich hoffe es, wenn man mit sich selbst ehrlich ist. Wie lange hast du mit dir gerungen, um mit dir ehrlich zu sein? Es kommt immer darauf an, um welche Frage es geht. Man ringt lang mit sich. Was ist eigentlich die Position? Man ringt dann, wenn man das Gefühl hat, die Position setzt sich nicht ausreichend durch in Regierungshandeln. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie lange proviere ich es intern? Wann gehe ich an die Öffentlichkeit? Das sind also ganz unterschiedliche Aspekte. Wie lange hast du es intern probiert? Das ist bekannt, das habe ich schon verschiedentlich gesagt. Mehrere Wochen, ich glaube am Ende waren es vier Wochen. Also seit Beginn des Überfalls? Genau. Wie war deine Position vor dem Überfall der Russen? Vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte ich die Hoffnung, dass man mit Putin doch irgendwie zu einer diplomatischen Lösung kommen kann. Deswegen war ich auch davor, dagegen, dass wir Waffen liefern an die Ukraine. Denn da war immer mein Argument, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Rollen. Und wenn jetzt auch noch Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, dann liefert das Putin vielleicht endgültig den Vorwand, um den Krieg zu beginnen. Das war ein Irrtum. Wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, und eigentlich hätte man es auch damals schon wissen können, er braucht keinen Vorwand. Das war immer die Strategie von Putin. Aber damals war das meine Position. Ich habe mich geirrt. Jetzt habe ich eine andere Position. Aber warum war das deine Position? Das habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber das mit Putin reden und deshalb keine Waffen liefern. Nein, die Position war, dass ich die Sorge hatte, wenn auch Deutschland jetzt noch Waffen an die Ukraine liefert, wir Putin einen Vorwand liefern, um den Krieg zu beginnen. Das war einfach ein Irrtum. Und jetzt ist deine Position, jetzt sollen wir Waffen liefern? Genau. Also nicht nur Waffen liefern. Es geht ja da um deutlich mehr, als wenn man sich die Ukraine anschaut. Die braucht auf der einen Seite wirtschaftliche Unterstützung, damit der Staat nicht kollabiert. Dann braucht sie natürlich auch symbolische Unterstützung, nämlich die Perspektive, irgendwann Teil der Europäischen Union zu werden. Das ist dann am Ende nicht nur symbolisch, aber im Moment ändert es an der Situation nichts. Dann brauchen wir scharfe Sanktionen gegen Russland. Die haben wir weitgehend schon. Aber auch da muss noch mehr getan werden. Noch immer fließen hunderte von Millionen von Euro ins System Putin an Russland zu, um den verbrecherischen Angriffskrieg dadurch leichter weiter aufrecht zu erhalten. Und dann muss die Ukraine in den Stand versetzt werden, sich selbst zu verteidigen. Was heißt Waffenlieferungen? Wenn du vorhin gesagt hast, wenn wir jetzt auch noch Waffen liefern, also vor dem Überfall, das könnte Putin als Vorwand dienen, die Ukraine anzugreifen. War ja nicht so, weil wir haben es nicht gemacht und er hat trotzdem angegriffen. Jetzt, wenn wir Waffen liefern, warum würde das dann Putin keinen Vorwand geben, um jetzt noch einen krasseren Krieg zu führen oder andere Länder anzugreifen? Weil wenn man sich das inzwischen alles anschaut, ist spätestens seit dem 24. Februar klar, man hätte es wie gesagt auch schon vorher erkennen können. Ich war da anderer Meinung, aber man hätte es auch vorher schon erkennen können. Putin lügt regelmäßig, vielleicht jeden Tag, über seine taktischen Interessen. Aber was er strategisch vorhat, darüber hat er uns ziemlich klar die Wahrheit gesagt. Er hat, wenn man genau nachliest, bereits 2007 uns die Wahrheit gesagt, nämlich, dass er das russische Reich wieder errichten will. Er hat den Zusammenbruch der Sowjetunion als die schlimmste Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und wir wissen alle, was sonst noch im 20. Jahrhundert passiert ist. Und jetzt ist einfach klar erkennbar, wenn Putin nicht in der Ukraine, von der Ukraine gestoppt wird, dann wird er weitere Länder angreifen. Das ist ja jetzt schon angekündigt worden. Als nächstes wäre die Republik Moldau dran. Transnistrien. Genau, Transnistrien, aber nicht nur Transnistrien, sondern die Republik Moldau. Und dann als Baltikum. Selbst in Polen macht man sich in meinen Augen zu Recht große Sorgen, dass er selbst Polen in den Blick nimmt. Aber Polen und die Balten sind ja in der NATO. Das ist richtig. Aber in seinen Augen Teil des russischen Einflussgebiets, Teil der russischen Einflusszone. Und diese Menschen haben in seinen Augen kein Recht auf Selbstbestimmung. Wenn man sich russische Fernsehen anschaut, da gibt es dann so Sendungen, so wie es bei uns normale Talkshows gibt, da sitzt ein sogenannter Journalist, der natürlich kein freier Journalist ist, sondern ein Propagandist, ein Wissenschaftler in irgendeinem Bereich, ein Militär. Und die diskutieren dann drüber, als wenn es das normalste Thema der Welt ist, ob Polen eigentlich ein eigenständiger Staat ist. Und das läuft seit einigen Jahren. Und bei der Ukraine ist ja schon offizielle Staatsdruck ziehen, dass die Ukraine zu deukranisieren ist, also kulturell zu vernichten ist. Und ich glaube, spätestens seit dem 24. Februar muss uns bewusst sein, dass wir das ernst zu nehmen haben. Sehr ernst zu nehmen. Ich meine, bei Moldau und Transnistrien ist die Lage ja eine andere. Da gibt es ja in Transnistrien diese nicht anerkannte russische, was ist das, eine Annexion, also ein Teilgebiet von der Moldau wird von den Russen da kontrolliert. Aber die Polen, die beiden sind halt in der NATO. Da spielt das für dich keine Rolle. Doch, aber es spielt unter Umständen, wir wissen nicht, ob es für Putin eine Rolle spielt. Und außerdem sollten wir halt genauer zuhören, weil in der Vergangenheit hatten die Osteuropäer, die Mitteleuropäer häufig recht. Und die Balten und die Polen auch sehr entspannte, liberale, nicht nur, wenn man sagen würde, da gibt es Teile der Regierung, die das aus innenpolitischen Gründen instrumentalisiert, die haben einfach richtig Angst, dass wenn jetzt nicht die Ukraine ausreichend unterstützt wird, dass dann dieser Krieg ausgeweitet wird. Und man darf eins nicht vergessen, die Bedingungen, die die russische Regierung gestellt hat, vor Ausbruch des Krieges, war ja genau das, dass sie das Baltikum und Polen wieder zurückkriegen. Aber haben die Polen und die Balten dann eine berechtigte Angst, dass die NATO den Bündnisfall dann nicht ausruft? Weil alles andere würde doch ein selbstmörderisches Russland sein. Ich glaube nicht, dass sie die berechtigte, also zum Beispiel das Baltikum hat, glaube ich, schlichtweg die Sorge, dass es wahnsinnig schwer zu verteidigen ist. Deswegen wird da jetzt ja auch massiv die Ostflanke verstärkt. Und die haben einfach Angst vor einem konventionellen Krieg. Und die haben Angst, dass Putin die Lage so falsch einschätzt, dass sie Teil eines konventionellen Krieges werden. Und ich glaube, wir sollten, wie gesagt, insgesamt ernster nehmen, was die Leute vor Ort sich denken. Und außerdem ist es bereits auch schlimm genug, was in der Ukraine passiert, schlimm genug, was unter Umständen der Republik Moldau droht, und schlimm genug, was unter Umständen Georgien droht. Und die sind alle drei nicht in der NATO. Stimmt, Georgien könnte auch noch bedroht sein. Was können wir da tun? Was tun wir bei Moldau? Bei Moldau? Ich glaube, der beste Schutz, den wir all diesen Ländern im Moment geben können, ist die Ukraine so zu unterstützen, dass die Großmachtsträume, die Aggression scheitert. Dass die Kosten für das System Putin zu hoch werden. Und er sich dann am Ende dafür entscheidet, in ernsthafte Friedensverhandlungen einzutreten und nicht immer weiterzumachen. Und deshalb gehört zu den Waffenlieferungen, um damit die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken, gehört deshalb auch, die Sanktionen immer weiter zu verschärfen. Kommen wir gleich zu. Bleiben wir mal bei den Waffen. Du hast ja gesagt, dass die Gefahr vom Dritten Weltkrieg steigt, je länger der Krieg in der Ukraine dauert. Und Waffenlieferungen würden den Krieg dann nicht verlängern, sondern verkürzen. Also unsere Waffenlieferungen an die Ukraine. Warum glaubst du das? Das hängt zum Beispiel mit der Republik Moldau zusammen, weil nämlich, wenn Russland bereits in der Ukraine scheitert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein weiteres Land angreifen, einfach deutlich geringer. Und dann ist auch das Baltikum und Polen ganz sicher, dass sie nicht angegriffen werden. Denn, wie gesagt, deren Analyse ist, dass trotz NATO-Mitgliedschaft es nicht ausgeschlossen ist. Aber ich habe jetzt gefragt, dass je länger der Krieg dauert, die Gefahr vom Dritten Weltkrieg, deiner Meinung nach, steigt. Würden aber Waffenlieferungen nicht zum Gegenteil führen, dass der Krieg länger dauert? Weil die Ukrainer dann verteidigungsbereiter sind, was sie ja sein sollen. Ja, das geht von der Annahme aus, dass Putin dann aufhört. Aber wenn wir seine eigenen Worte ernst nehmen und die Analysen der Osteuropäer ernst nehmen, dann hört er doch halt nicht auf, sondern dann nimmt er das nächste Land in den Blick. Dann haben wir wieder Krieg und dann nimmt er das nächste Land in den Blick. Und wenn er bis dahin durchgekommen ist, und damit sind wir bei den Analysen der Balten und Polen, nimmt er unter Umständen trotz NATO-Mitgliedschafts-Baltikum und Polen in den Blick. Was sind denn unsere Analysen? Im Bundestag habt ihr ja auch wissenschaftlichen Dienst, Außenministerium und so weiter, Auswärtigen Ausschuss, Europaausschuss. Was sind denn unsere Analysen? Es gibt ja nicht nur die baltischen und die osteuropäischen Analysen. Meine Analyse ist inzwischen, dass die Recht haben mit ihrer Analyse und mit ihrer Sorge und dass sie Brutdienstaggression besser eingeschätzt haben, als wir in Mittel- und Westeuropa das die letzten Jahre getan haben. Habe ich verstanden, dass du denen Recht gibst. Aber was ist denn unsere Analyse, also die deutsche Sicht darauf? Da gibt es mehrere sozusagen. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass sich in Deutschland diese Analyse auch immer stärker durchsitzt. Deswegen hat sich ja der Bundestag inzwischen mit großer Mehrheit für den Antrag entschieden, wo die Ukraine stärker unterstützt wird. Kommen wir gleich zu. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie Waffenlieferungen, auch von schweren Waffen, den Krieg nicht verlängern, sondern verkürzen. Das ist wie gesagt, wenn man von der Annahme ausgeht, dass Putin mit der Ukraine zufrieden wäre, wenn man diese Analyse hat, dann verlängert es den Krieg. Aber diese Analyse halte ich für falsch. Aber wir reden doch über den Krieg in der Ukraine. Nein, wir reden insgesamt über das Großmachtstreben Russlands. Nämlich die Auseinandersetzung begann auch nicht mit dem Krieg in der Ukraine. Die Auseinandersetzung begann spätestens 2008 mit dem Überfall auf Georgien und der Abtrennung von Abkhazien und Süd-Ossetien. Er hat sich dann fortgesetzt mit der Annexion der Krim und dem Überfall auf die Ostukraine. Er setzt sich jetzt fort mit dem zweiten Überfall auf die Ukraine. Und wenn hier jetzt nicht endgültig Putin klargemacht wird, dass wir sein Großmachtstreben nicht weiter tolerieren, oder zu wenig dagegen vorgehen, toleriert haben wir es davor auch nicht, das ist falsch, zu wenig dagegen vorgehen, dann ist es unter Umständen, wenn er weiter das macht, wenn er weiter so verhandelt, wie er die letzten gut zehn Jahre gehandelt hat, ist es nur eine Frage der Zeit, wenn er in der Ukraine damit durchkommt, bis er das nächste Land ins Visier nimmt. Das heißt, wenn wir Waffen an die Ukraine liefern und denen helfen, dass die Russen die Ukraine nicht einnehmen, dann würde das den gesamten Krieg, den du vermutest, dennoch gegen Moldau... Den ich nicht vermute, sondern... Erwartest. Den der russische Imperialismus selbst angekündigt hat und den, wie gesagt, insbesondere die betroffenen Länder sehr befürchten, würde diesen Krieg vermeiden. Aber würde der Krieg in der Ukraine, der jetzt gerade läuft, nicht durch mehr Waffen, egal von wem, jetzt automatisch verlängert werden? Es gibt ja auch viele, die sagen, Menschenleben sind am Ende wichtiger und je länger ein Krieg geht, desto mehr Menschen gehen. Wenn du es ganz isoliert betrachtest, könnte man natürlich sagen, der Krieg wäre am schnellsten vorbei gewesen, wenn sich die gar nicht gewehrt hätten. Das ist immer so, dass wenn sich Opfer gegen ihren Aggressor nicht wehren, aber erstens die Menschenrechtsverletzungen wären nicht vorbei gewesen, wenn man sich anschaut, viele tausend Vergewaltigungen in den besetzten Gebieten, Unmengen ermordete Zivilisten und außerdem kommt noch was anderes dazu. Es steht uns hier einfach nicht zu, über die Köpfe der demokratischen Ukraine und über diese Menschen hinweg zu entscheiden. Es gehört halt ganz entscheidend, gerade zu einer linken Perspektive, dass man die Perspektive der Opfer in den Blick nimmt. Und das steht uns einfach nicht zu. Es steht weder mir zu, noch irgendjemand anderem zu entscheiden, was für sie richtig ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass am Ende die Ukrainer über ihr Schicksal entscheiden können. Aber ab wann würde denn unsere Hilfe für die Ukrainer auch unser Schicksal betreffen? Weil ich meine, das ist ja dann auch die... Deswegen können wir auch nicht alle Wünsche der Ukraine erfüllen. Die Ukraine wünscht sich zum Beispiel, hat am Anfang sehr darum gebeten, dass wir eine Flugverbotszone einrichten über der Ukraine. Das klingt jetzt erstmal so relativ harmlos, aber das bedeutet ja, dass die NATO im direkten Krieg mit Russland geraten würde. Wir müssten russische Flieger abschießen. Ganz genau. Das bedeutet das dann praktisch. Und das geht natürlich nicht. Und völkerrechtlich ist das sehr eindeutig. Wir können Waffen liefern. Völkerrechtlich gibt es auch keinen Unterschied zwischen leichten und schweren Waffen. Wir können Waffen liefern, aber wir können ihnen nicht direkt helfen. Das geht nicht. Und das ist auch... Da gibt es auch niemand im Westen, der sagt, wir können das machen, der in Verantwortung ist. Und wenn wir das nicht können, weil Russland eben eine Macht ist, wie sie eine ist, ist unsere, in meinen Augen, unsere Pflicht, ihnen wenigstens dabei zu helfen, sich selbst zu verteidigen. Würden mehr Waffen, egal von wem, auch von uns, die den russischen Vormarsch in der Ukraine aufhalten, mithelfen können, nicht dazu führen, dass Putin auch eine gewisse Enge getrieben wird und dann zum Beispiel die Gefahr von dem Einsatz von taktischen Atomwaffen steigt. Wir können aber nicht für Putin entscheiden und wir können nicht für die Ukraine entscheiden. Wenn die Ukraine sich wünscht, dass wir ihr helfen, Putin aufzuhalten, dann tun wir das. Und außerdem, was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir helfen ihnen nicht und sagen, ihr könnt nichts machen, ihr müsst halt einfach kapitulieren. Bei euch wird ein autoritäres Regime errichtet, eure Freiheiten werden zerstört, eure Frauen werden vergewaltigt, wer nicht passt, wird ermordet, zum Beispiel Journalisten oder Aktivisten, die sich für die Rechte Homosexueller einsetzen, landen im Gefängnis. Und das ist halt aus sehr nachvollziehbaren Gründen für die Ukraine keine Alternative. Klar, aber müssen wir die Gefahr, die besteht, weil die Russen das ja auch angekündigt haben, Einsatz von Atomwaffen. Nein, das haben sie in der Form nicht angekündigt. Das wird immer wieder betont. Und man sollte auch nicht davon ausgehen, in Kreml sitzt keine Gruppe von Selbstmordattentätern. Aber du meintest ja vorhin, wir müssen zuhören, was die Russen sagen. Ja, was sie strategisch sagen, nicht was sie taktisch sagen. Taktisch lügen sie jeden Tag. Und das ist eine taktische Frage. Strategisch lügen sie nicht jeden Tag. Und strategisch sind sie keine Gruppe von Selbstmordattentätern. Wie würdest du die Strategie der Russen beschreiben? Die Strategie der Russen ist nach und nach, sich immer größere Teile des ehemaligen russischen Reiches zurückzuholen und dabei davon auszugehen, weil in der Vergangenheit die Reaktionen sehr milde waren, dass am Ende der Westen eigentlich nicht wirklich groß was macht. Davon ist Putin ausgegangen. Der ist erkennbar davon ausgegangen. Das sagen wir auch an der Ausstattung der Armee. Erstens, die Ukrainer werden sich kaum verteidigen. Zweitens, der Westen wird es gar nicht so schlimm finden. Fand er ja 2014 an, nicht so schlimm. 2015 haben wir Nord Stream 2 unterschrieben. Also wir Grüne waren immer dagegen, aber rückblickend muss ich sagen, ich war damals Fraktionsvorsitzender auch nicht laut genug dagegen. Krass, ne? Also Merkel hat nach der Anlektion der Krim und so weiter, die ganze Bundesregierung hat Nord Stream 2 vorangetragen. Ja, ganz genau. Einfach extrem krass. Und deshalb ist er davon ausgegangen, dass der Westen ungefähr wieder genauso reagiert. Und jetzt sozusagen, deswegen waren die Länder in Osteuropa ja auch so entsetzt. Deswegen hatten wir ja auch solche Konflikte in Europa. Also dieses große Entsetzen. Und wir haben immer denen gesagt, ach, ihr habt ein Trauma mit der Sowjetunion. Das war jetzt nur die Krim. Sind großzügig darüber hinweggegangen, dass in der Ostukraine über die ganzen Jahre 14.000 Menschen gestorben sind in dem da und laufenden Konflikt. Und deswegen ist da der Ärger auch so groß. Und deshalb, wie gesagt, muss spätestens am 24. Februar, ist zum Glück jetzt der Westen weitgehend aufgewacht, ist Europa aufgewacht, das demokratische Europa, und deshalb geht bis jetzt die Strategie von Putin ja nicht auf. Geht die Strategie des Westens auf? Bisher? Nicht so, wie ich es mir wünschen würde, weil wir in meinen Augen gerade bei den Sanktionen immer noch zu schwach sind. Wir lassen immer noch viel zu viel Geld jeden Tag ins System Putin fließen. Deswegen wäre es dringend notwendig, dass wir uns schnell mindestens auf ein Erdöl-Embargo einigen. Nicht, da verdient das System das meiste Geld. Ich persönlich bin auch für ein Erdgas-Embargo, aber da kann ich verstehen, dass die Leute nervös sind, weil das ist wirklich sehr herausfordernd, das technisch hinzukriegen. Ich persönlich bin der Meinung, wir würden es technisch hinkriegen, aber da kann ich jeden verstehen, der sagt so, das wird echt haarig. Aber ein Erdöl-Embargo könnten wir stemmen. Nicht einfach, aber deutlich einfacher. Auch dank dem, was das Wirtschaftsministerium geleistet hat, also Robert Habeck, sind wir inzwischen schon bei 12 Prozent nur noch von den Erdöl-Imperten Anteil von russischem Erdöl. Deswegen, wenn wir es als Europa schnell umsetzen könnten, das wäre schon ein sehr gutes Zeichen. Nochmal zurück zum Westen, seit 2014. Da gab es aber jetzt auch nicht den einheitlichen Westen. Nein, also gab es jetzt Deutschland, die selbst Nord Stream 2 vorangetrieben haben mit den Russen und die Amis waren zum Beispiel immer dagegen, aus Eigeninteresse, auch als Alliierter der Osteuropäer. Also der Westen hat halt... Genau. ...war sich überhaupt nicht einig, die haben ja miteinander gestritten. Genau. Und darauf hat Putin halt auch wieder gehofft, erkennbar und diesmal ist es zum Glück nicht passiert in der Schärfe. Was ist denn die Strategie des Westens aktuell? Du hast ja gesagt, es gibt so bei Sanktionen gehst du nicht weit genug, aber was ist denn die Strategie? Die Strategie des Westens ist, ihn zu stoppen, ihm dafür zu sorgen, dass seine Großmachtsträume nicht gelingen, um ihm damit deutlich zu machen, das wird... Deine Pläne gehen nicht auf und ihn dadurch dazu zu bringen, dass er in ernsthafte Friedensverhandlungen eintritt. Das heißt, die Kosten für das Regime so weit nach oben zu bringen, durch die Sanktionen und auf der anderen Seite die Ukraine so verteidigungsfähig zu machen, dass der Vormarsch gestoppt werden kann, um ihn dazu zu zwingen, dass er ernsthaft verhandelt und sagt, erkennt, dass es nicht weiter gelingt. Nämlich, wenn man sich die... Du hast das ja vorher schon gesagt, wie zerstritten der Westen war und was Deutschland gemacht hat und wie wenig wir reagiert haben eigentlich 2008, 2014 und da konnte er schon eine gewisse Hoffnung haben, aber es klappt ja ganz gut. Also aus seiner Sicht, also aus Putins Sicht, hat es die letzten Jahre eigentlich ganz gut geklappt, was er vorhatte. Wir haben zwar Sanktionen erlassen, 2014, aber wie gesagt, haben Nord Stream 2, 2015 und jetzt ist die Einigkeit im Großen und Ganzen immerhin so hoch, dass es nicht klappt. Was du eigentlich auch immer gegen den Ukraine beitritt in die NATO? Das hat die Ukraine sich seit Jahren gewünscht. Das war 2008. Die USA waren so let's go, Merkel und so nein. Das war damals eine ganz schwierige Debatte und ich kann dir sehr eindeutig sagen, dass ich gegen Waffenlieferungen war. Beim NATO-Beitritt waren wir Grüne auch kritisch. Ich habe nicht gefunden, dass du das unterstützt hattest. Und 2008 war ich Verkehrspolitiker. Und jetzt bis Februar? Da war das ja überhaupt nicht mehr auf der Tagesordnung gestanden. Nicht? Ne, ab 2014 war es nicht mehr auf der Tagesordnung gestanden. Silensky hat bis zum Krieg gesagt, natürlich NATO helft uns, wir wollen in die NATO. Aber trotzdem, da hatten die ja schon den Konflikt im Land. Also du kannst nicht NATO-Mitglied werden so ohne weiteres, wenn du bereits einen Konflikt im Land hast. Also das wäre maximal vor 2014 möglich gewesen. Aber da warst du nicht dafür vor 2014? Wären wir jetzt neu? Ne, ich war da nicht explizit dafür 2014. Denn wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich hatte das auch falsch einfach eingeschätzt. Zum Glück nicht in der Form falsch für unsere Bundesregierung. Also wir waren zum Beispiel gegen Nord Stream 2, aber ich war ja auch noch gegen Waffenlieferungen, bis der Krieg losging, weil ich einfach dachte, es gibt eine Rationalität im russischen System, die unserer Rationalität näher ist. also ich halte überhaupt nichts davon, wenn Leute sagen, Putin ist verrückt oder so, das ist Quatsch. Der hat einfach eine andere Rationalität und zwar die Rationalität, die er uns gegenüber angekündigt hat, die Wiedererrichtung des russischen Reichs, bloß wir haben es halt nicht geglaubt. Ist deine Position, wenn die Ukraine jetzt gewinnt, gegen die Russen, dass sie in die NATO gehören? Meine Position ist, dass man Russland jetzt dazu zwingt, dass sie in ernsthafte Verhandlungen gehen, dann, dass die Staaten selbst entscheiden können, was sie wollen und die Ukraine sagt ja jetzt, je nach Verhandlungen, da ist manches verhandelbar, aber wo sie auf alle Fälle hinwollen, ist in die Europäische Union und das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein extrem komplizierter Prozess, aber ich finde, die Ukraine braucht eine Beitrittsperspektive in die Europäische Union. Aber nicht in die NATO. Das ist ja im Moment selbst in der Ukraine in Diskussion, ob das nicht etwas ist, was man verhandeln kann. Sind denn die westlichen Interessen aktuell die gleichen? Also haben die Amerikaner die gleichen Interessen wie zum Beispiel Europa? Im Kern ja. Ja? Ja. Es ist nicht so, dass die Amerikaner vielleicht eher ein Interesse am Regime-Change in Russland haben als an dem Schicksal der Ukrainer, weil die Ukrainer müssen am Ende in Europa versorgt werden. Das ist denen ja vielleicht ein bisschen... Nein. Ne? Das liegt daran, weil Russland gerade einen verbrecherischen Angriffskrieg führt, aber aus Sicht der Amerikaner, der geostrategische Rivale, mittel- und langfristig nicht Russland ist, sondern China. Und deshalb haben die einfach im Kern ein Interesse, ist deren Hauptinteresse meiner Beobachtung nach, besser fragst du da die Amerikaner, die da die Verantwortung haben, an meiner Beobachtung nach haben die das Hauptinteresse, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität wiederherstellen kann und dass die Ukraine dann frei entscheiden kann, wie es weitergeht und dass die Bedrohung für Europa durch den russischen Imperialismus beendet wird. Aber trotzdem ist Russland auch für Europa und auch die Amis immer noch ein geopolitischer Konkurrent. Und darum, die könnten ja quasi sagen, okay, wir wollen, dass die Ukraine die Russen besiegt, damit Putin in Russland geschwächt ist und damit gestürzt werden kann. Das könnte ja ein anderes Motiv sein, als wir Deutschen und wir Europäer haben. Wir wollen ja nicht überfallen werden. Ja, wir wollen nicht überfallen werden und wie gesagt, der Fokus der Amerikaner ist woanders, der ist auf China. Aktuell ist er ja schon hier in Europa, ne? Ja, aktuell ist der Fokus auf die Unterstützung der Ukraine, aber der ein mittelfristiger, strategischer Fokus und das, glaube ich, kann man sehr eindeutig sagen, ist auf China. Weil China natürlich auch ungleich mächtiger ist als Russland. Würden wir eigentlich genauso reagieren, wie wir jetzt bei Ukraine-Russland reagieren, wenn die Chinesen Taiwan überfallen würden? Das ist ja auch eine der großen Sorgen, dass wenn Russland mit dem Angriffskrieg davon kommt, deswegen sozusagen ja auch immer die Frage, ist das nicht eigentlich gefährlich, wenn die da mit davon kommen, ob da nicht das Nachahmer findet. das ist auch eine weitere Argumentation, die du jetzt gerade eingeführt hast, warum Russland nicht erfolgreich sein darf mit seiner Aggression, weil es dann unter Umständen Nachahmer findet. Das ist auch wieder ein Nachahmungskrieg, weil es gab ja jetzt auch in den letzten Jahren ja viele Überfälle oder Angriffskriege von anderen Staaten. Da ist man ja auch mit von weggekommen. Ja, in den letzten Jahren gab es wenig Angriffskriege und Eroberungskriege eigentlich sogar. Der Irakkrieg war da, das fällt mir jetzt spontan ein. Das war kein Eroberungskrieg, das war ein Regime-Change-Krieg. Invasion, war es auch eine Invasion. Ja, aber die Amerikaner, so hochproblematisch, wie der Krieg war, haben nicht den Irak erobert, um sie ein Teil der USA zu machen. Richtig. Und das ist schon nochmal, also man soll nicht die Probleme des Irakkriegs klein machen und welche Kriegsverbrechen da auch begangen worden sind, wenn man Abu Ghraib denkt und so weiter und so fort. Aber es ist halt trotzdem ein Riesenunterschied, ob du ein Nachbarland überfällst, um es zu erobern und auch noch seine Kultur zu vernichten, nenne ich die De-Ukrainisierung. Ich glaube, wir hatten auch seit dem Zweiten Weltkrieg schon Kriege in Europa, wenn man an den Jugoslawien-Krieg denkt, das ist ein Bürgerkrieg und ein Zerfallskrieg war mit schrecklichen Verbrechen, aber ein Eroberungskrieg von einem souveränen Staat gegen einen anderen souveränen Staat in der Form, da fallen mir jetzt wenig Beispiele ein. Und außerdem kommt ja noch was dazu, das ist ja bei uns auch total vergessen. Und das macht das Ganze auch nochmal krasser, gerade wenn man in Perspektive denkt, dass irgendwann wieder sowas wie Abrüstung möglich ist. Die Ukraine hat nach dem Zerfall der Sowjetunion sehr, sehr viele Atomwaffen besessen und ist dann gedrängt worden und hat es auch freiwillig gemacht, diese Atomwaffen auf Null abzurüsten. Das Budapester Memorandum. Genau. Im Budapester Memorandum gab es dafür drei Garantiemächte, Großbritannien, USA und Russland. Und sie werden von ihrer eigenen Garantiemacht überfallen, nachdem sie die Atomwaffen auf Null abgerüstet haben. Ich meine, viele, die sich damit beschäftigen, sagen, er hätte die Ukraine bloß mal ihre Atomwaffen behalten. Aber das ist doch ein schreckliches Zeichen. Und das ist auch ein weiterer Grund sozusagen, warum wir als Europa, als Weltgemeinschaft jetzt die Ukraine unterstützen müssen. Wenn die Belohnung sozusagen für ein im Kern völlig vernünftiges Verhalten, nämlich Atomwaffen abzurüsten, dann ist, dass du von deinem Nachbarn überfallen wirst. Was ist das denn für ein Zeichen, um zukünftig Abrüstungspolitik machen zu können? Du meinst, die Garantiemächte waren Russland, aber auch Großbritannien und die USA? Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, bei Budapester Memorandum. Aber ihr hattet jetzt damals nicht kritisiert, als nach Minsk 1 und Minsk 2 die Briten und die Amerikaner eben nicht am Tisch saßen. Da war ja Frankreich, Deutschland, Ukraine und Putin. Ja, das war das damalige Verhandlungsformat. Hätten wir diese Garantiemächte auch noch dazugehört? Habt ihr nicht gemacht? Also als Grüne? Ich gestehe offen, ich kapiere nicht, worauf du hinaus wirst. Naja, wenn diese drei Garantiemächte entscheidend sind für dieses Memorandum mit den Atomen. Die waren ja schon nicht mehr entscheidend, weil nämlich eine der Garantiemacht war ja Russland und die Ja, eben deshalb hätten die anderen beiden dabei sein. Und das Land ist sozusagen von der eigenen Garantiemacht überfallen worden und man kann jetzt nicht sagen, dass Großbritannien und die USA sich nicht bemüht haben, die Ukraine zu unterstützen. Ja, aber es war ja interessant, dass entweder Putin und Merkel es geschafft haben, die beiden dann bei den Verhandlungen bei Minsk 1 und 2 rauszusetzen. Das war halt ein Verhandlungsformat, auf das sich die Ukraine und Russland eingelassen haben und man hatte damals ja noch die Hoffnung, die endgültig jetzt klar ist, dass man mit Putin und dem imperialen Russland, das man damals nicht als solches erkannt hat, vernünftige Verhandlungen führen kann. Aber das ist jetzt, also das kann man jetzt Merkel wirklich nicht vorwerfen. Da kann man in dem Zusammenhang manches vorwerfen, aber man muss halt Verhandlungsformate so wählen, dass sie von beiden Seiten akzeptiert werden und erfolgreich sind. Da gab es ja dann auch Minsk 2, worauf sich die vier Seiten da geeinigt hatten. Hat die russische Seite denn absolut Unrecht, wenn Sie sagen, da wurde auch von ukrainischer Seite nicht das umgesetzt, was vereinbart wurde? Ja, aber es wurde halt auch vor allem von russischer Seite nicht umgesetzt und das stimmt und selbst wenn und da hat die Ukraine auch nicht alles hundertprozentig gemacht, es rechtfertigt halt trotzdem keinen Vernichtungskrieg. Sondern da hätte man halt weiter verhandeln oder diskutieren müssen, aber es ist halt inzwischen halt völlig klar, es ging Russland nie um die erfolgreiche Umsetzung von Minsk 2, sondern es ging halt darum, abzuwarten bis in der Wahrnehmung Putins und des Verteidigungsministers die Armee so weit aufgerüstet ist, weil man genug Geld eingenommen hat durch den Verkauf von fossilen Rohstoffen, dass man in der Lage ist, die gesamte Ukraine anzugreifen. Das ist halt was anderes. Dass es den Russen nie darum ging, ist glaube ich eindeutig. Ging es den Ukrainern dann darum? Ich glaube, die Ukrainer werden sehr glücklich, wenn sie Frieden hätten und wenn sie nicht angegriffen worden wären. Und ich meine, zur Umsetzung von sowas können halt zwei Seiten dazu. Man darf nicht vergessen, dass seit 2014 sind in der Ostukraine 14.000 Menschen gestorben in den Konflikten. Wann hätte aus deiner Sicht Putin den Krieg verloren? Ich glaube, das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, dass für das System Putin die Kosten so hoch werden müssen, dass er erkennt, es ist besser, jetzt den Krieg zu beenden und ernsthafte Verhandlungen einzutreten und die imperialen Pläne schweren Herzens aus seiner Sicht zu begraben. Das sozusagen muss das Ziel sein. Ich frage mich ja, der Imperialismus äußerte sich auch schon mit der Annexion der Krim. Genau. Mit Donetsch und Luhans. Im Grunde äußerte er sich ja bereits 2007 mit der Ankündigung, dass man das vorhat und eigentlich schon 2008 mit dem Überfall auf Georgien. Genau, jetzt ist die Frage, wenn wir den russischen Imperialismus stoppen wollen, dann würde das doch logisch auch bedeuten, dass das Ziel sein muss, dass die Krim zurückgegeben wird und die beiden Republiken wieder zur Ukraine gehören. Deswegen, die territoriale Integrität der Ukraine muss wieder hergestellt werden. Und das hoffst du am Ende, dass das in ernsthaften Verhandlungen funktionieren kann? Wie kann es zu ernsthaften Verhandlungen kommen? Das habe ich vorher schon gesagt. Dass der Krieg für Putin zu teuer wird? Dass die Kosten zu hoch sind und dass er sagt, er ist jetzt bereit, ernsthaft zu verhandeln. Was mit den Ukrainern? Ja, die Ukrainer sagen die ganze Zeit, sie haben Interesse an ernsthaften Verhandlungen. Die reden ja sogar miteinander, mehr oder weniger kontinuierlich oder immer wieder. Also es gibt ja eine Verhandlungsdelegation von russischer Seite und von ukrainischer Seite. Es ist halt bloß erkennbar, dass Putin kein Interesse hat. Das merkt man einfach an der Art der Kriegsführung. die extrem verbrecherisch ist. Das merkt man daran, dass jetzt neue Volksrepubliken gegründet werden sollen in der Südukraine. Das ist ja keine ernsthafte Verhandlungsgrundlage. Das merkt man daran, wie Unmengen Zivilisten ermordet werden und wenn dann noch nachgewiesen ist, dass die Zivilisten ermordet worden sind, den nach allem, was wir wissen, Tätern dann auch noch Auszeichnungen zu geben. Ist das so ein öffentliches Fuck you von Putin an den Westen? Solche öffentlichen Auszeichnungen? Ich weiß nicht, ob das angesichts der Verbrecher die richtige Sprache ist, aber natürlich ist es in die Richtung. Muss es unser Interesse sein, wenn es zu Verhandlungen kommt, dass Putin dort gesichtswahrend rauskommt? Also in einer diplomatischen Lösung, weil es könnte ja sein, dass wenn er nicht gesichtswahrend rauskommt, innenpultisch unter Druck gerät und andere angreift. Also es könnte ja sogar vom Vorteil sein, dass er eine gesichtswahrende Lösung hat. Irgendwas als Erfolg in seinem Land verkaufen kann, sodass es keinen weiteren Krieg gibt, den er anzettelt. Man darf eines nicht vergessen, in Russland gibt es eh eine völlig absurde Wahrnehmung dessen, was da gerade passiert. Da gibt es ja gar keinen Krieg offiziell. 80% der Leute glauben auch, dass es gar keinen Krieg so richtig gibt. Deshalb, was Putin dann am Ende da als Erfolg verkaufen kann, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Unter Umständen verkauft er als Erfolg, dass die Ukraine jetzt tatsächlich nicht der NATO beitritt, sondern nur der Europäischen Union. Das kannst du als Propaganda ja alles machen. Deshalb erstmal ist wie gesagt entscheidend, dass man ihn dazu bringt, bereit zu sein, ernsthaft zu verhandeln. Und was das dann am Ende gibt, das hängt auch ganz stark von der Ukraine ab. Nämlich wir können nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg entscheiden, was passiert mit der Krim, was passiert mit ihrer Beitrittsperspektive, was passiert mit dem Donets Wecken, was passiert auch mit Entschädigungszahlungen angesichts der Zerstörungen und der Verbrechen, die begangen worden sind. All das, wie schaut es eigentlich aus damit, dass bei vielen dieser schweren Kriegsverbrechen im Grunde hat Putin auf einen Kriegsverbrecher gerichtet. Also all das, wie gesagt, ist erstmal nicht unsere Entscheidung. Unsere Entscheidung ist jetzt, wir verschärfen regelmäßig die Sanktionen und helfen der Ukraine sowohl ökonomisch, humanitär als auch so bitter es ist, weil halt keine Gesprächsbereitschaft auf russischer Seite da ist, mit Waffen sich zu wehren. Falls ihr Fragen habt an Toni, zu dem ganzen Komplex, zu anderen politischen Feldern, her damit in den Chat, Hans kommt am Ende und stellt die Publikumsfragen. Erklär uns doch mal, was ist der Unterschied zwischen deiner Position in Sachen Ukraine und Hilfe für die Ukraine und der Position der Bundesregierung? Mein Unterschied ist seit der Verabschiedung des Antrags nur noch ein sehr geringer. Also diese Woche? Genau, gestern. Schwere Waffen? Genau. Es gab ja einen äußerst umfragenreichen Antrag im Bundestag, der von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP gemeinsam beschlossen worden ist, also in einer ganz, ganz großen Mehrheit. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir als Europa jetzt möglichst schnell ein Erdöl-Embargo umsetzen sollten. Da sollte man auch nochmal schneller vorangehen. Und ich hoffe jetzt sehr, dass dieser Antrag einfach schnell umgesetzt wird und die Lieferung von weiterer Unterstützung für die Ukraine nicht Wochen oder Monate sich verzögert. Der Unterschied ist nicht, dass du einfach sagst, wir sollen denen das liefern, was die Ukrainer wollen und die Bundesregierung sagt, wir liefern denen das, was wir können. Das ist nicht der Unterschied. Ne, das ist nicht der Unterschied. Nämlich manche Sachen haben wir auch einfach gar nicht, aber wenn die Industrie zum Beispiel sagt, das können sie liefern, dann in meinen Augen sollten wir dem zustimmen. Und die Industrie trickst nicht und der ist zu vertrauen? Was heißt da zu vertrauen? Das ist ja in deren eigenem Interesse, diese Gerätschaften zu verkaufen. Ja. Das ist die Waffenindustrie und wir sind in der bitteren Situation angesichts eines Angriffskrieges, dass die Waffenindustrie hoffentlich möglichst schnell genug liefert, damit die Ukrainer sich wehren können und ihre Leute retten können. Was tut ihr eigentlich dafür, dass die deutsche Rüstungsindustrie jetzt, wo die Ukrainer zum Beispiel eine Milliarde Euro von uns bekommen, um bei der deutschen Rüstungsindustrie einzukaufen, dass die Rüstungsindustrie dann nicht einen satten Preisaufschlag macht oder nochmal schön extra Profite einfährt, weil sie um die Not der Ukrainer wissen und die dann mit dem Geld wegen des Preisaufschlags weniger kaufen können. Das wollt ihr doch bestimmt verhindern, oder? Also die Kosten der Produkte sind bekannt. Also zum Beispiel was so ein Marder kostet, weiß man. Aber da ist so eine Profitmarte drin. Man könnte ja sagen, ihr verkauft das mal zum Herstellungspreis. Radikale Maßnahmen. Könnte man sich drei Marder mehr kaufen? Nein, kann man sich nicht, weil es die nicht gibt. also die Industrie spart man Geld und davon kann man sich irgendwas anderes kaufen. Du weißt, das Problem verstehst du. Ja, das Problem ist schon klar, aber das ist im Kern gerade nicht das Problem. Aber es ist ein Problem. Im Kern ist das Problem, geht es schnell genug, kann es sicher transportiert werden und so weiter und das ist sozusagen im Kern das Problem. Kommt es rechtzeitig in der Ukraine an, dass die Soldaten noch daran ausgebildet werden können, bevor das ganze alte sowjetische und russische Material zerschossen ist. Also das sind im Moment gerade die Probleme. Und die Frage, wie gesagt, mit dem Profit ist bei der Waffenindustrie immer eine andere. Das ist immer, wenn neue Systeme entwickelt werden, dann hast du es zum Teil mit absurden Preissteigerungen zu tun. Aber es geht hier jetzt nicht um die Entwicklung neuer Systeme, sondern um den Abverkauf überwiegend bereits bestehenden älteren Materials. Also zum Beispiel der Leopard 1, um den es da geht, die sind 40 Jahre alt. Klar, aber ich rede ja hier mit einem Grün und ihr habt ja noch moralische ethische Ansprüche und man kann ja moralisch und ethisch vertreten, dass der Ukraine bedingungslos oder auf jeden Fall geholfen werden muss, auch militärisch, aber man könnte ja sagen, es ist unethisch, dass quasi Teile unserer Industrie dann noch quasi Kriegsgewinnler sind. Das könnte man ja, das könnte man probieren einzuhegen. Probiert ihr das? Ich meine, Robert hat ja, Robert Habeck hat ja auch bei den Energiesachen von Kriegsgewinnen und so gesprochen, die man abschöpfen muss. Also das ist wie gesagt gerade echt nicht das Problem, was man mit der Waffenindustrie hat. für dich ist kein Problem aktuell? Nee, das ist im Moment echt nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass das Zeug zum Teil wirklich alt ist, dass es stellt sich die Frage, wie schnell kriegst du das renoviert und wie gesagt, es handelt sich um Standardprodukte, wo man einfach die Kosten kennt. Also du weißt einfach, was ein Marder kostet und die können jetzt nicht einfach von der Ukraine mehr verlangen, hat einfach einen Preis und das ist wie wenn du sozusagen ins Geschäft gehst und sagst ich hätte gern das und das Produkt und dann sagt er naja, aber sie haben gerade so viel Unterstützung bekommen, von ihnen verlange ich jetzt aber mehr Geld. Es gibt ja auch Mengenrabatt oder irgendwie Überfallrabatt oder so weiter. Hätte ich sagen können, dass es für euch ein Thema ist. Hast du denn speziellen Zugang zum Beispiel zu Krausmafer Wegmann? Du bist ja da aus Bayern, aus München. Ne, so einen speziellen Zugang zu Krausmafer Wegmann habe ich nicht. Weißt du, wie viele deiner Wähler bei KMW arbeiten? Ne. Interessiert dich das? Weil die da knallen ja gerade die Sektkorken. Ja, daran ist Putin schuld. Ja? Ja, weil er die Ukraine überfallen hat. Deswegen wird jetzt mehr Geld ausgegeben für Rüstung. Das ist kein Problem? Also das Es ist eine bittere Erkenntnis, dass wir mehr Geld für Rüstung ausgeben müssen. Das ist auch nichts, was man sich gewünscht hat, aber das ist einfach eine Folge der geostrategischen Lage. die wir jetzt haben. Es gibt keine Alternative zur Aufrüstung jetzt bei uns. Im Moment ist es schwer, nämlich wir sehen ja gerade, was in der Ukraine passiert. Also, was ist denn deine Alternative, dass die Leute den Krieg verlieren, dass sie sich umbringen lassen? Ich frage dich, gibt es keine andere Alternative außer Aufrüstung in Deutschland? Ich meine, das ist ja historisch ja auch krass. Es ist krass, aber es ist halt auch eine historisch seit dem Zweiten Weltkrieg einzigartige Situation. Und ich habe bis jetzt noch keinen gehört, der eine ernsthafte Alternative anzubieten hatte, die, wenn du sie zu Ende durchdenkst, nicht zu ganz schrecklichen Konsequenzen führt. Nicht wie zum Beispiel, wir überlassen die Ukraine im Schicksal. haben wir dann unsere Aufrüstung jetzt zu Ende gedacht. Weil ich meine, es gibt ja auch historisch, wenn sich Länder in Europa, sage ich mal, gegenseitig oder aus welchen, welchen Gründen auch immer, aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Das erhöht auch eine Kriegsgefahr. Ja, selbstverständlich. Aber der Punkt ist, wir haben keine Kriegsgefahr, wir haben den Krieg bereits. Sind wir im Krieg? Wir haben den Krieg bereits in Europa. Aber sind wir im Krieg? Wir sind zum Glück noch nicht im Krieg. Und ich hoffe auch, dass das sich nicht ausweitet, aber dafür müssen wir eben die Ukraine unterstützen. Und das hat man ja vorher, wir drehen uns da gar ein bisschen im Kreis, das hat man ja vorher schon und deswegen müssen wir, so bitter es ist, wenn man nicht der Ukraine sagt, sie soll einfach kapitulieren, müssen wir sie entsprechend unterstützen. Und wenn die Ukraine einfach kapituliert, wird das nicht nur schreckliche Auswirkungen, noch schrecklichere Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine haben, sondern angesichts des russischen Imperialismus droht halt die Gefahr, dass dann, halt so wie es in der Vergangenheit die ganze Zeit war, weitere Länder überfallen werden. Wie oft warst du in der Ukraine bisher? Also ich meine, dieser eine Besuch mit Strack Zimmermann und Rot ist ja bekannt. Genau. Warst du vorher schon mal in der Ukraine? Nein. Wie kommt das? Also Robert und so, die waren ja auch schon vorher da, letztes Jahr. Warum hast du dich jetzt in all den acht, neun Jahren davor nicht interessiert oder vor Ort vorbeigeschaut? Ich war in manchen anderen Ländern auch nicht. Ja, aber das ist ja ein schwelender Konflikt in Europa gewesen. Hätte ja sein können, sollte ich das interessieren. Ja, natürlich hat mich das interessiert, aber wie gesagt, ich war in vielen anderen Ländern auch nicht und jetzt bin ich halt dafür zuständig als Europaausschussvorsitzender. In dieser Zuständigkeit bin ich eingeladen worden und deshalb bin ich hingefahren. Europaausschuss, der Ausschuss heißt ja eigentlich irgendwas mit Angelegenheiten der Europäischen Union. Genau. Und Ukraine geht jetzt nicht zur Europäischen Union. Nein. Dann sagen ganz manche, da bist du gar nicht für zuständig. Ja, aber die Angelegenheiten der Europäischen Union sind halt massiv berührt, weil zum Beispiel die ganzen Sanktionen machen wir europäisch. Die Sanktionen sind die EU. Die Waffenlieferungen laufen zum Teil auch oder die Unterstützung mit militärischer Ausrüstung läuft zum Teil auch über die EU. Und ich glaube, die Interessen sind da massiv berührt. Wir nehmen sehr viele Geflüchtete auf. Genau. Und es gibt in der Ukraine einen EU-Ausschuss und die Vorsitzende haben mich eingeladen und als höflicher Mensch fährt man dann hin. Ja genau. Erklär mal, wie dieser Besuch zustande gekommen ist. War da irgendwie so eine Mail, kommt man auf einen Symbolbesuch vorbei, wir machen ein paar Fotos oder so? Nein. Sondern es gab die Bitte, dass wir zu politischen Gesprächen unsere Kolleginnen und Kollegen, es waren nur Kolleginnen, es sind lauter Frauen, die da zuständig sind, dass wir die besuchen, weil sie gern mit uns eine ganze Reihe von Fragen als Vertreter des Parlaments, eines der wichtigsten Mitgliedsländer der Europäischen Union diskutieren möchten. und dann haben wir uns entschieden, dass wir dieser Einladung Folge leisten als die Vorsitzenden der drei Ausschüsse, die da eingeladen waren, also Verteidigung außen und Europa. Hattest du keine Angst, in die Ukraine zu reisen? Ich meine, dort herrscht Krieg. Du hättest in irgendein Gefecht kommen können oder irgendeinen Angriff. Wir sind in die West-Ukraine gereist. Die auch schon angegriffen wurden? Ja, die auch schon angegriffen worden ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch sehr gering. Hat dich das nicht vorher beschäftigt? Natürlich überlegt man sich, gerade wenn man Frau und Kind hat, wie hoch ist das Risiko, kann ich das akzeptieren, man befricht es auch mit seiner Familie, sind die damit einverstanden? Das ist doch klar, es ist ein Kriegsgebiet, aber die objektive Gefahr war halt schon sehr gering. Worüber haben die mit dir gesprochen? Also welche Fragen haben sie gestellt? Naja, all das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben. Erstens, natürlich, was könnt ihr noch mehr tun, um uns wirtschaftlich zu unterstützen? Dann haben sie uns halt ausführlich dargestellt, wie schwierig die Lage im Krieg ist. Also eine, die vom Verteidigungsausschuss, eine junge Frau, ich schätze Mitte 30, die hatte Uniform an, die kam von der Front und ist dann auch zurück dann an die Front nach unserem Gespräch. Also sie ist Abgeordnete im Verteidigungsausschuss, der RADA, also des ukrainischen Parlaments, aber kämpft halt zur Verteidigung ihres Landes. Also sie hat durchaus ein Wissen und was halt auch sehr beeindruckend war, wie genau die die Debatte hier bei uns kennen und die haben für ganz vieles Verständnis in unserer Debatte, wenn du mit ihnen sprichst, wofür sie wenig Verständnis haben, sind diese paternalistischen Argumente, die hier bei uns gerne kommen, sodass wir so besser wissen, was für die Ukraine ist, ob die kapitulieren sollen oder nicht. Das können die überhaupt nicht akzeptieren oder ob sie mit den Waffen umgehen können oder nicht. Die kämpfen da seit sieben Wochen. Also dieses ganze Oberschlaumeirische, paternalistische, das stört die richtig sehr. Dagegen die Frage, dass es für Deutschland schwierig ist, ein Erdgasembargo zu machen, das verstehen sie sogar. Aber, wie gesagt, die kennen unsere Debatte sehr und das war sehr beeindruckend und natürlich persönlich am beeindruckendsten waren die Gespräche mit den verwundeten Soldaten, nämlich die haben sich sehr gewünscht, dass wir sie auch besuchen im Krankenhaus, zum Teil schwer verwundete Soldaten und die haben einfach sehr darum gebeten, dass sie uns ihre Geschichten erzählen können. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Kannst du sagen, was sie dir so erzählt haben? Das waren zum Teil sehr, sehr persönliche Sachen. Wie gesagt, manche waren wirklich sehr, sehr schwer verwundet, manche haben ein Bein verloren. Aber was man, glaube ich, erzählen kann, ohnehin die Privatsphäre, sie haben halt sehr deutlich gemacht, wie absolut rücksichtslos die russische Armee vorgeht. Kein Rücksicht auf Zivilisten. Auch die Art der Kriegsführung, auch keine Rücksicht auf die eigenen russischen Soldaten nehmend, die Art der Kriegsführung, also wie vollkommen rücksichtslos die russische Armee vorgeht. Und das sieht man ja auch an so Ereignissen wie Butscher und so weiter. Hat der Besuch was mit dir gemacht und deine Einschaltung gemacht? Hat das vielleicht noch einiges verändert oder war deine gedankliche Veränderung schon vorher da? Die gedankliche Veränderung war vorher da. Es hat es für mich nochmal bestätigt und es hat allerdings gerade bei den Argumenten die Argumente zum Teil geschärft. Also gerade zum Beispiel eins der Standardargumente bei uns ist ja, warum wir keine Waffen liefern können, weil die nicht damit umgehen können. Es ist ja rauf und runter bei uns diskutiert worden und das habe ich die halt auch gefragt. Das ist eins unserer Standardargumente. Da haben sie gesagt, das sagt die Bundeswehr ja. Also man kann ja einfach einen Panzer liefern und einen Tag später damit rumballern. Und da haben sie gesagt, ja natürlich kennen sie dieses Argument und das ist das, was sie eben so ärgert, dieses Argument. Ihren Militärs ist natürlich vollkommen klar, dass wenn die Waffen geliefert sind, dass die nicht sofort an die Front gehen, sondern dass erstmal die Soldaten dran üben müssen und deshalb umso mehr wünschen sie sich, dass es jetzt kommt, dass es jetzt kommt, damit sie in ein paar Monaten das einsetzen können. Genau, oder ein paar Wochen, je nach Komplexität der Geräte. Du hast gesagt, die haben dir auch viele Fragen gestellt. Gab es irgendwelche Fragen, die du nicht beantworten konntest? Ja, sie haben uns zum Beispiel gefragt, wann welche Waffentypen geliefert werden. Das kann ich natürlich nicht beantworten. Weil das ja auch noch Teil des Debattenprozesses war und es in Teilen immer noch ist. Gab es noch andere Fragen, die jetzt ein deutscher Politiker oder ein deutscher Ausschussvorsitzender nicht beantworten kann? Wir haben da mit Politikern gesprochen und deswegen war es eine Debatte, wo wir sozusagen halt über Strategien, über humanitäre Unterstützung und so weiter gesprochen haben. Natürlich gibt es tausend Dinge, die ich nicht beantworten kann, aber die Europa-Ausschussvorsitzende der Ukraine ist halt eine Europa-Ausschussvorsitzende und da hast du keine Debatte über irgendwelche komplizierten technischen Details. Keine Ahnung von was. Was weiß ich, von einer Panzerhubitze oder sowas, wo ich sagen kann, du, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie diese Panzerhubitze exakt funktioniert. Das fragt die natürlich nicht, weil das müssen ihre Militärs entscheiden und das weiß sie auch, dass das ihre Militärs entscheiden müssen. Ich fand es gerade krass, als du meintest, da sind Politikerinnen gekommen, die dann gleich wieder zurück zur Front gegangen sind, weil sie gekämpft haben. Ja. Also eine davon. Würdest du für Deutschland kämpfen, wenn wir überfallen werden? Das ist eine, das hat mich die Bild-Zeitung, ich glaube heute auch gefragt. Achso. Und. Jetzt auf Bild-Zeitungsniveau hier schon. Und das finde ich muss am Ende, erstens geht es mal erst mal um die Unterstützung der Ukraine. Du warst ja nicht bei der Bundeswehr darum frei. Ich bin ausgemustert worden und das entscheidet sich, wenn dann in der Situation. Wie stehst du dazu, dass die deutsche Bundesregierung, sage ich mal, relativ geheimhaltend mit dem, was und wie und wann geliefert wird, umgeht? Die Amis machen das ja nicht. Die Amis machen eine Pressemitteilung und da stehen ganz genau hier. Die, die Hubschrauber, so und so viel davon, so und so viel Munition. Warum machen wir das so? Die Bundesregierung sagt ja so, Toni, da gab es die stellvertretende Verteidigungsministerin, die hat uns mal darum gebeten. Melnyk sagt dann so, alles Quatsch. Da kann man immer darüber streiten, was vollkommen eindeutig ist, dass man natürlich nicht darüber spricht, während es geliefert wird und so weiter und so fort, um Russland die Luftangriffe dann in der Ukraine schwerer zu machen. in dem Moment, wo das ukrainisches Territorium ist. Klar. Ist im Kriegsgebiet. Aber man könnte sagen, was man liefert. Ja, wenn dann auch erst im Nachhinein. Die Amerikaner machen es ja auch erst im Nachhinein. Ich glaube, Weikin im Nachhinein. Kommt man drüber. Ich weiß es nicht genau. Aber das sind halt unterschiedliche Stilfragen. Das finde ich ist allerdings am Ende nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass ausreichend unterstützt wird. Machen die ja auf ukrainischer Seite so Regimente wie Azov Sorgen? Ja, selbstverständlich kann einem das Sorgen machen. Warum? Weil da halt in der Vergangenheit der Reihe von Rechtsradikalen gekämpft haben. Ich habe mal geguckt, im Bundestag haben die Grünen auch einige Anfragen zu Verbindungen zur rechtsextremistischen Szene hier in Deutschland. Christchurch-Attentäter gezogen. Es gab im Repräsentantenhaus in den USA 2019 noch irgendwie den Antrag, dass das Außenministerium das Azov-Regiment als Terrororganisation einstufen soll. Da gibt es ein nicht zu unterschätzendes Problem. Aber man muss sagen, zum Glück gibt es in der Ukraine eine sehr, sehr positive Entwicklung. Man hat sich ja lange große Sorgen gemacht, wie viel Einfluss Rechtsradikale auf die ukrainische Politik haben. und im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern sind da die letzten Wahlen sehr gut ausgegangen. Nämlich der gesamte Vereinigte Rechtsradikale Block hat zwei Prozent der Stimmen gekriegt. Das ist etwas völlig anderes wie in Frankreich. Oder in Deutschland. Ja, oder in Deutschland. Wir haben die Rechtsradikalen im Parlament sitzen. In Frankreich hat eine rechtsradikale Präsidentschaftskandidatin gerade 40 Prozent gekriegt. Wie gesagt, in der Ukraine der letzten Parlamentsfall 2019 haben die zwei Prozent gekriegt. Deswegen darf man den gewaltsamen Rechtsextremismus nicht unterschätzen. Ja, aber politische Ebenen hast du recht. Wolfgang Eichwedert hat ja auch gesetzt. Meinte, also die AfD ist hier näher an der faschistischen Übernahme als die ukrainischen Rechtsextremen. Aber ASOV ist ja was Militärisches. ASOV ist wie gesagt was da hat sich auch nach allem was wir aus jüngsten Meldungen wissen auch was geändert. Aber selbstverständlich muss man sich um solche Dinge auch kümmern. Wie denn? Aber wir können jetzt nicht sagen also die bekommen jetzt nicht unsere Rostung. Oder? Der Punkt ist dass wenn der Krieg vorbei ist geht es einfach darum dass und da hat man ja aufgrund der politischen Entwicklung dass die Rechtsextremen keine Stimme mehr im Parlament hat die Chance dass dann man wirklich konsequent dafür sorgt dass die Armee keine rechtsextremen Elemente mehr hat wir haben da ja auch nicht zu unterschätzende Probleme schon gelegentlich in Deutschland gehabt die sind noch da ja also manches ist aufkommen manches kommen wir jetzt darüber streiten wie groß das Problem noch ist aber der MAD also der militärische Abstandsdienst der dafür zuständig ist kann man auch darüber streiten wie gut der das immer macht also wie gesagt das Problem darf man nicht kleinreden aber das ist nichts was die Ukraine exklusiv hat das macht es besser noch zwei Fragen zu Waffenlieferungen kann man sich bei den nächsten Wahlen den Blick ins grüne Wahlprogramm sparen weil da steht zum Beispiel in dem letzten von 2021 Zitat Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktatoren Menschen rechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten sich das ist in der Regel auch immer noch richtig das steht aber so nicht drin dass es in der Regel so sein sollte Ausnahmen bestätigen die Regeln das ist halt etwas da man sich einen klassischen Eroberungskrieg ja im Grunde im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt worden ist hat man einfach nicht mehr geglaubt dass sowas stattfindet und ich bin immer noch der Meinung dass wir ein strengeres Rüstungsexportkontrollgesetz brauchen zum Beispiel wenn man an die Situation in Jemen denkt aber man muss auch klar sagen wir brauchen da Kriterien für solche Fälle wie wenn ein demokratisches Land von einem mit natürlich nicht perfekten Staat aber ein demokratisches Land mit einer Armee von einem Nachbarland überfallen wird in so einem Fall hat dieser diesen Fall hat dieser Satz nicht mitgedacht stimmt dieser Satz einfach nicht aber worauf sich es bezog auf so Fälle wie gesagt wie in Jemen oder auch Somalia stimmt dieser Satz immer noch und wir haben nach Saudi-Arabien zum Beispiel exportiert ja als Bundesrepublik Deutschland und das ist dass wir das nicht tun sollten ist nicht falsch geworden durch den Überfall Russlands auf die Ukraine warum wart ihr als es um Waffenlieferung an die Peschmerga ging als die von dem islamischen Staat überfallen wurden da waren die Grünen dagegen das für den Waffen schicken das war auch extrem kontrovers bei uns da gab es auch sehr gute Argumente dafür eine der Sorgen war dass gerade bei diesem Typus von Waffen das am Ende völlig unkontrolliert ist wo diese Waffen landen und wer am Ende auf wen damit schießt ja aber das Argument könnte man ja heute auch machen also keine Ahnung die Ukrainer verlieren irgendeine Schlacht und dann nehmen die Russen die deutsche Rüstung ein oder so nein das ist ja was anderes wenn das bei nicht staatlichen Gruppen am Ende unkontrolliert irgendwo landet und was weiß ich zum Beispiel gerade wenn du einen Panzer lieferst also der verschwindet ja nicht irgendwo in irgendwelchen dunklen Kanälen wie zum Beispiel das Problem was wir beim Jugoslawien Krieg hatten wo es ja extrem viele Waffen gerade von der jugoslawischen Volksarmee unterwegs waren die dann zum Teil bei uns in rechtsextremen Kreisen gelandet sind und so also das wird jetzt bei einem Leopard 1 Panzer nicht passieren aber würdet ihr angesichts der heutigen Debatte anders entscheiden bei Waffen für Peschmerga das ist einfach eine andere Debatte und das ist ein anderer Fall ihr wart auch in der Opposition ja aber so was wir diskutieren das traditionell sehr sehr intensiv und ernsthaft wie wir mit Militäreinsätzen umgehen ich war auf dem Bielefelder Parteitag ich war auf dem Parteitag damals in Rostock wir diskutieren das immer sehr sehr intensiv in der Fraktion aber natürlich kannst du das nicht abschließend beurteilen ob man vielleicht nach heute sagen würde und auch nach dem was passiert ist vielleicht wäre es klüger wenn wir in dem Fall auch geliefert hätten aber es ist einfach ein völlig anderer Fall haben wir ja ja als Deutschland haben wir geliefert aber wenn wir Grünen dafür gewesen wären zu liefern aber wie gesagt es ist halt jetzt ein völlig anderer Fall kann ich mir denn jetzt zukünftig den Blick ins Wahlprogramm zum Thema Frieden Abrüstung Aufrüstung bei den Grünen sparen Nein denn ich hoffe dass wir in Zukunft nicht weitere so krass extreme Brüche und Zerstörung von rechtlicher Ordnung von internationaler Zusammenarbeit erleben es ist ja nicht irgendwas passiert dann hat man gesagt so es ist irgendeine Kleinigkeit passiert sondern es ist eine der krassesten Kriegsereignisse seit dem Zweiten Weltkrieg und in Europa der erste Eroberungs- und Vernichtungskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg im Grunde versucht Putin ja alles was an Verrechtlichung der internationalen Ordnung an der Friedensordnung in Europa zu zerstören und rückabzuwickeln und das ist jetzt eine Kleinigkeit haben denn sag ich mal unsere Verletzung der internationalen rechtlichen Ordnung des Westens jetzt nicht Deutschlands aber des Westens spielen ja auch eine Rolle also es macht ja den Russen auf deren Seite es auch einfach zu sagen naja wir machen nur das was die wird der Westen auch machen die überfallen auch andere Staaten der Westen hat keine Eroberungskriege geführt aber selbstverständlich aber auch jetzt rechtliche internationale rechtliche Ordnung auch gebrochen aber selbstverständlich ist es das soll jetzt keine Gerechtfertigung für den Überfall ich wollte gerade sagen es wird aber gerne mehr als Rechtfertigung für den Überfall benutzt aber Brüche des Völkerrechts führen natürlich immer zu einer Schwächung des Völkerrechts und du konntest natürlich darüber diskutieren wo es Völkerrecht gebrochen wird also zum Beispiel beim Irak war es ein klarer Bruch des Völkerrechts bei Kosovo ist die Frage schon wieder anders weil wir haben nicht auf der einen Seite das Mandat des Sicherheitsrates Schröder meinte doch bei Völkerrechtsbruch bei Irak nee nee bei Jugoslawien ich glaube Annalena Baerbock bei mir auch da kann man sehr darüber streiten es gibt es gibt Responsibility to protect also es gibt auch eine Verantwortung schwerste Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und da gibt es eine intensive Debatte was bedeutet das wenn der Sicherheitsrat blockiert ist und aber jede eindeutige Verletzung des Völkerrechts führt natürlich zu einer Schwächung und da ist sind die USA und der Westen auch nicht frei von zum Teil massiven Fehlern aber wie gesagt mir kommt es halt gerne ein bisschen als Rechtfertigung für den russischen Angriffskrieg daher und nee nee aber wir sollten ja vielleicht auch keine Doppelmoral anwenden ja aber Doppelmoral ist nochmal was anders nämlich wie gesagt sowas hat zum Glück kein demokratisches Land in den letzten Jahrzehnten gemacht noch nicht mehr ansatzweise Doppelmoral äußert sich aktuell zum Beispiel bei Assange der hat Kriegsverbrechen aufgeklärt die grüne Partei fordert seine Freilassung das Gegenteil wird jetzt wahrscheinlich passieren er wird wahrscheinlich an die USA ausgeliefert dort entweder zum Tode verurteilt kommt darauf an wie oder halt sein Leben lang sitzen hinter Gittern was ist damit forderst du seine Freilassung noch ja selbstverständlich fordern wir weiter die Freilassung ist natürlich schwierig weil in Großbritannien es ja durchaus ein Justizsystem gibt aber selbstverständlich erwarte ich von der britischen Innenministerin die das jetzt entscheiden muss dass Assange nicht ausgeliefert wird ja in meinen Augen wäre das ein schwerer Angriff auf die Pressefreiheit nämlich er hat Informationen veröffentlicht die die USA als geheim ansehen aber ich meine das ist Aufgabe von Presse von Medien demokratisch Institutionen zu kontrollieren fordertst du das Auswärtige Amt auf sich dort für Assange bei der britischen Innenministerin einzusetzen weil wenn wir sie danach fragen stecken sie den Kopf in den Sand die sagen dann immer wir vertrauen das britische Justizsystem das hat ja jetzt entschieden jetzt das ist die Entscheidung der britischen Politik da könnte sich die deutsche Politik ja einsetzen das ist richtig weißt du ob Annalena sich einsetzt das fragt man am besten Annalena selbst ja weißt du du bist ja ein grüner Europa-Ausschuss-Vorsitzender sei mal bitte nicht böse aber ich weiß auch nicht alles du hast mich vorher gefragt ob es Fragen gibt die ich nicht beantworten kann es gibt immer Fragen die man nicht beantworten kann aber wir hatten erst die britische Botschafterin bei uns im Ausschuss und da ist noch mal darauf hingewiesen worden wie denn dass wir da eine Erwartungshaltung haben welche ja dass der Mensch nicht ausgeliefert wird ist doch offensichtlich ok was mit Snowden Snowden sitzt in Moskau fest ist jetzt schöner äh äh sag ich mal so ein Geisel von Putin ja da könnten wir was tun wir könnten sagen Asyl in Deutschland ja das hätten wir auch längst tun sollen forderst du das ich halte das weiter für sinnvoll ja mir ist noch mal jetzt eingefallen beim grünen Wahlprogramm ich habe ja das ja auch mal markiert diesen Satz Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktatoren Menschen rechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten sich wie würdest du den für das nächste Wahlprogramm formulieren an Diktatoren und Menschen verachtende Regime da müssen wir nichts ändern und bei Kriegsgebieten müssen wir genau prüfen ob wir ein Land verteidigen oder unterstützen müssen das einen völkerrechtswidrigen verbrecherischen Angriff erlitten hat um es zu erobern und zu zerstören das muss man natürlich ein bisschen sauberer formulieren aber der Punkt ist relativ eindeutig und wie gesagt man muss halt klar sagen sowas hatten wir in der Form sehr lange nicht mehr kommen wir mal zu anderen Hilfen für die Ukraine außerhalb von Waffen und Rüstung du sagst ja bei Sanktionen können wir noch ein bisschen mehr machen ja Erdöl im Räger ist ein nächster Schritt das ist was gibt es noch also daran arbeitet Robert Habecker jetzt genau intensiv das sieht ja gar nicht so schlecht aus ja es muss wie gesagt von deutscher Seite schaut es gut aus auch Polen unterstützt uns jetzt mit Lieferungen oder kann uns unterstützen mit Lieferungen aus Danzig für die ostdeutschen Raffinerien aber diese Öl-Embargo können wir erst quasi umsetzen und beschließen wenn wir quasi die Versorgung von anderen gesichert haben das ist innerhalb von Europa schaut das in den meisten Ländern inzwischen eigentlich recht gut aus deswegen hoffe ich auch sehr dass das zeitnah passiert oder wie in welche Richtung ging eine Frage du meintest jetzt andere Länder du sagst ja wir müssen die Sanktionen verschärfen genau aber die können wir erst verschärfen wenn wir quasi das Ölproblem gelöst haben ja aber das schaut wie gesagt gerade bei Erdöl eigentlich ganz gut aus es gibt ja Leute die sagen wir müssen das jetzt erstmal verhängen und dann kümmern wir uns um das Problem das glaube ich sagt niemand oh ich sag mal sollten es möglichst schnell tun aber es ist halt bei Erdöl auch leichter es ist überhaupt nicht leicht es ist total kompliziert aber leichter als wie bei Erdgas und deswegen sollte es schnell wirklich zügig jetzt passieren und wir sind da auch wirklich gut vorangekommen warum machen wir es beim Erdgas nicht auch ganz ganz schnell und meinetwegen dann tun wir uns halt mal weh aber ich bin ja der Meinung dass wir es schnell auch tun sollten also auch zu unserem Schaden aber auch die Gegenargumente sind nicht zu unterschätzen die Industrie käme zum Teil in große Schwierigkeiten vielleicht auch die Stahlindustrie das heißt Produktion die man dann vielleicht auch für die Unterstützung der Ukraine bräuchte käme unter Umständen in Schwierigkeiten ich glaube wir könnten das handeln weil wir inzwischen auch nur noch bei 40% also nur noch in Anführungsstrichen Erdgasimporten bei Russland sind wir waren mal bei 55% genau wir waren mal bei 55% und jetzt kommt auch der Sommer da brauchen wir deutlich deutlich weniger weil einen heblichen Teil des Erdgases brauchen wir zum Heizen und es hat die Bundesnetzagentur auch die Speicher schon übernommen die absurderweise ist ja das nächste an Russland an Gazprom verkauft worden sind unsere Erdgasspeicher ja der größte Speicher und der war nahezu leer als der Krieg begonnen worden ist kann man auch fragen war das ein Zufall ja aber das war das habe ich von Peter Altmaier noch gelernt das war freie Marktwirtschaft weil das ist ja quasi ein liberalisierter Gasmarkt und da haben die natürlich nur das vorgehalten was sie gerade brauchen und nicht wie in Polen es gab Vorgaben hier 100% muss der Speicher gefüllt sein also die Reserve ja das ist natürlich eine besonders schlaue Ausrede wenn man geostrategischen Quatsch macht dass das dann der freie Markt ist sowas hat natürlich mit freiem Markt nichts zu tun ja das war politisch gewollt genau das war politisch gewollt genau das ändert jetzt Habeck oder will er ändern die Bundesnetzagentur hat das schon übernommen genau also die können wir füllen deswegen hätte ich vertrete ich die Position es wäre möglich aber es gibt wie gesagt wirklich gewichtige Gegenargumente deswegen sage ich lasst uns wenigstens schnell das Erdöl Embargo machen ja und da ist auch für dich als Grüner kein Problem wenn wir jetzt ein paar LNG Terminals anschaffen was dann zum Beispiel Fracking Gas aus Amerika herbringt das ist halt das Klassische was du halt häufig in Politik hast du steckst in Dilemmatas und es ist zwar trotzdem ein Problem aber es ist halt das kleinere Problem aber ich habe von euch Grüne mal gelernt die allergrößte Krise selbst über jeden Krieg ist die Klimakrise die verschärfen wir doch dann mit LNG Gas wir können allerdings auch gleichzeitig und das passiert ja auch den erneuerbaren Energien Ausbau beschleunigen da sind auch ein ganzer Schwung Gesetze auf dem Weg und weitere Maßnahmen um die Klimakrise in den Griff zu kriegen nämlich ich meine gerade wenn wir auch aus dem Erdgas raus wollen schnell dann laufen auch ein paar Kohlekraftwerke kurzfristig intensiver und mehr und dadurch wird auch mehr CO2 frei toll ja und deshalb müssen wir in einem anderen Bereich jetzt umso schneller die erneuerbaren Energien ausbauen um das wieder rein zu holen aber der Krieg geht halt nicht weg und das ist ja im Grunde immer das Problem mit sehr langlaufenden Krisen und im Verhältnis ist die Klimakrise im Vergleich zum Krieg der sich in Tagen entwickelt eine langlaufende Krise dass immer die Gefahr besteht dass sie dann hinten runter fällt aber deshalb ist es so entscheidend dass man mittelfristig dafür umso mehr tut und das jetzt bereits beginnt und das wird auch begonnen wie gesagt das Osterpaket ist da das ganze Reihe von Maßnahmen müssen wir jetzt nicht alle aufzählen unter anderem ganz stark die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien sind damit die wichtigsten Maßnahmen damit eben die Klimakrise nicht hinten runter fällt wir sehen ja gerade ich weiß nicht ob es wahrgenommen worden ist also normalerweise wäre das eine riesen Nachricht eine extreme Hitzewelle in Pakistan und in Indien wo einfach Menschen drohen wirklich also wirklich viele Menschen drohen an der Hitze zu sterben und die Wissenschaft sagt uns also diese Art von Hitzewellen werden durch die Klimakrise bereits jetzt deutlich häufiger hast du eigentlich Bauschmerzen wenn Wirtschaftsminister Habeck nach Katar reist und dort um quasi neue Erdgas Versorgung bittet dort Geschäfte einfädelt Katar die auch Teil der Allianz beim Jemenkrieg sind die mit Saudi-Arabien da im Jemen kämpfen natürlich ist das eine bittere Geschichte das hat ja auch Robert selber gesagt das sind Dilemmatas deswegen ist umso wichtiger dass wir die erneuerbaren Energien jetzt schnell ausbauen dass das nur eine mittelfristige Frage ist aber warum ist jetzt das Regime in Katar jetzt der bessere Business Partner als der russische ist auch eine Diktatur weil das Regime in Katar gerade nicht sein Nachbarland überfällt aber auch ein Land in der Region sie helfen Saudi-Arabien deren Nachbarland zu überfallen ja das ist auch komplizierter nämlich der Jemen ist einfach ein extrem komplexer Bürgerkrieg wo Saudi-Arabien ihre Interessen wart und eingegriffen hat und der Iran seine Interessen wart und eingegriffen hat und beide Seiten Verbrechen begehen wie gesagt das ist alles nicht schön aber es sind halt klassische Dilemmata in denen du wenn du ernsthaft Politik machst wenn du Realpolitik machst drin steckst du bist dann jetzt zum Fußball-WM reisen als Europa-Vorsitzender die ist ja jetzt Ende des Jahres in Katar ja als Europa-Ausschuss-Vorsitzender muss ich nicht zur Fußball-WM reisen ja aber so bist du aber vielleicht trotzdem Fußball-Fan und sagst so Deutschland unterstützen ich bin nicht der große Fußball-Fan fährst du denn nach Katar wenn ich eine Akkreditierung bekäme als Journalist und machen könnte was ich wollte aber das wird ja nicht passieren ja das wird kaum passieren allerdings muss man sagen dass sich beim Weltfußballverband sich eigentlich auch ein paar Dinge grundlegend ändern müssten kommen wir nochmal zur Aufrüstung hier hast du die Bauchschmerzen jetzt also dieses 100 Milliarden Paket für die Bundeswehr natürlich fällt einem sowas nicht leicht aber aber ich meine schade man schaue sich den Zustand der Bundeswehr an wir haben zum Beispiel Adessa Probleme die Ukraine zu unterstützen ich sage es gibt am ersten Material bei der Industrie weniger im Bestand der Bundeswehr deswegen ja es ist leider notwendig aber wofür ist die 100 Milliarden Aufrüstung jetzt notwendig damit die Bundeswehr verteidigungsfähig ist damit die Bundeswehr deutlich besser funktioniert nämlich wir geben viel Geld für Rüstung aus aber also so viel wie nicht zuvor jetzt auch schon wir geben viel Geld für Bundeswehr aus aber erheblicher Teil sind da einfach Gehälter und so weiter und es kommt noch was anderes dazu wir müssen jetzt sehr drauf achten dass wir da viel stärker europäisch zusammenarbeiten nämlich wenn du die Rüstungsetats der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenzählst da kommen erhebliche Summen zusammen aber da findet zum Teil eine unglaubliche Verschwendung statt die USA mit nochmal einem deutlich höheren Rüstungsetat haben zum Beispiel einen Kampfpanzertyp ich glaube in Europa haben wir 17 Kampfpanzertypen es ist einfach eine unglaubliche Verschwendung deswegen es kommt nicht nur drauf an mehr Geld auszugeben sondern sich auch wirklich zu überlegen schaffen wir es endlich in Europa stärker zusammenzuarbeiten und schaffen wir es endlich weniger Geld zu verschwinden aber jetzt mal ganz kurz wofür soll unsere Bundeswehr aufgerüstet werden soll sie einfach nur so ausgestattet sein dass sie verteidigungsfähig also landesverteidigungsfähig ist oder soll sie auch so für Interventionen in anderen anderen für zwei Dinge dass sie besser in der Lage ist die Landesverteidigung zu leisten also besser in der Lage und des Weiteren dass sie an Blauhelms Missionen also an sich beteiligen können aber das hat sich in den letzten Jahren auch an Nicht-Blauhelm-Missionen international beteiligt Afghanistan Afghanistan war eine Mission die ist nicht glücklich geendet kann man sehr darüber streiten warum Mali Mali wiederum ist eine Mission wo wir eigentlich alle Beschlüsse haben wo man im Grunde versucht hat alles richtig zu machen wo man die Lehren daraus versucht hat zu ziehen aus Afghanistan die ist jetzt auch wieder in ganz großen Schwierigkeiten das zeigt hat dass diese Einsätze nicht nur gerechtfertigt sein müssen in einer moralischen Hinsicht sondern dass man auch in der Lage sein muss sie erfolgreich umzusetzen und das ist das haben wir nicht geschafft in Mali es schaut in Mali wieder mal schlecht aus das ist einfach wirklich deutlich komplizierter aber das ist trotzdem kein Argument dass wenn die UN uns bittet und dass wir dann nicht wenigstens funktionierende Hubschrauber haben um überhaupt erstmal entscheiden zu können ob die Mission sinnvoll ist oder nicht die Mali Entscheidung steht ja jetzt aus werden wir da rausgehen das ist noch intensiv in Debatte was ist deine Meinung ich glaube man muss sich das so anschauen dass das Mandat so gestrickt wird dass wenn man drin bleibt dass dann auch wirklich eine Chance auf den Erfolg hat aber das ist genau halt noch gerade in Debatte nämlich das das ist halt du willst dich jetzt nicht positionieren das ist halt das ist halt viel viel komplizierter im Verhältnis zu dem was wir gerade zwischen Ukraine und Russland erleben klar und das ist halt abhängig ganz stark von wie gestaltet man es wir haben zum Beispiel auch bei Afghanistan in der Fraktion immer gerungen und da hat ja ein Teil immer zugestimmt ein Teil hat immer abgelehnt ich war immer eher bei denen die abgelehnt haben und da hat man immer die Debatte ja man die Mission ist eigentlich richtig nicht wenn man sie beendet dann bricht da alles zusammen und das ist der Rückfall in die Taliban so wie es auch passiert ist und dann ja aber so wie sie gestaltet es kann sie nicht erfolgreich sein und darüber hat man immer die Debatte gehabt und wie gesagt jetzt geht es um die Debatte des Mali Mandats da kommt es halt auch ganz stark drauf an bei solchen Mandaten wie gestaltet man sie aus aber die Fragezeichen sind schon sehr sehr groß geworden bei Mali ob es da noch eine Chance besteht das erfolgreich zu beenden also ich habe mir jetzt gemerkt die 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr sollen für Toni Hofreiter für die Landesverteidigung eingesetzt werden und für Blauheilmission nicht für andere Sachen ja welche anderen Sachen gibt es denn noch ein Bündnis wir hatten ja den Anti-ISIS-Einsatz das war jetzt ja keine Blauheilmission keine UN-Mission keine Landesverteidigung du hast ja sozusagen wollen wir es so sagen für UN von Völkerrecht gedeckte Missionen da war ich eher der Meinung dass diese Anti-ISIS-Einsätze nicht mehr vom Völkerrecht gedeckt waren da kannst du ja auch wie gesagt intensiv drüber streiten weil nämlich das Völkerrecht das hat was mit Völkergewohnheitsrecht zu tun das verändert sich dann bist du in dem Spannungsfeld zwischen Responsibility to Protect und dem Sicherheitsrat deshalb so gern wie das bei uns hier so trennscharf dargestellt wird Völkerrechtswidrig und nicht Völkerrechtswidrig es gibt Fälle die ganz eindeutig sind wie zum Beispiel der Angriff Russland auf die Ukraine ist völlig eindeutiger Fall aber andere Fälle sind halt deutlich komplizierter wie zum Beispiel wenn es darum geht schwerste Verbrechen zu verhindern und du kriegst trotzdem keine Mehrheit im Sicherheitsrat weil zum Beispiel eins der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat ein Veto erklärt weil sie vielleicht ein Verbündeter ist von dem Land das gerade schwerste Verbrechen begeht dann hast du allerdings wiederum Responsibility to Protect und nach Ruanda und nach Sebrinitsche haben wir uns eigentlich auch geschworen sowas soll nie wieder passieren und deshalb da ist ja auch was massiv verändert worden und angepasst worden im Völkerrecht deswegen es gibt halt auch viele Fälle wo es überhaupt nicht eindeutig ist bist du happy dass jetzt nach diesem Aufrüstungspaket das allererste was bestellt wurde amerikanische Kampfjets waren da kann man sehr drüber streiten ob das sinnvoll ist also die Franzosen waren mehr als entsetzt und die Bundesregierung hat quasi den Amis einen Gefallen getan war eine politische Entscheidung ja da kann man auch wiederum streiten ob es eine politische Entscheidung ist nämlich das Flugzeug gibt es schon das kriegt man schneller es gibt auch eine ganze Reihe von europäischen Ländern hat erhebliche Mängel der F-35 ja da das haben die alle man weiß noch nicht wie teuer das wird man hat schon mal bestellt wie gesagt eine ganze Reihe von europäischen Ländern haben bestellt aber die Franzosen waren alles andere als begeistert und weil wir auch ein bisschen was zusammen entwickelt hatten ganz genau und das auch weiter entwickeln werden du bist jetzt Europaausschussvorsitzender was sagst du denn ich hätte mir gewünscht dass man da stärker mit Frankreich zusammenarbeitet also dass wir nicht die F-35 aus Amerika bestellen wie gesagt das war eine ganz ganz schwierige Entscheidung am Ende habe ich es mitgetragen aber wenn du mich persönlich fragst ich glaube man hätte da stärker mit Frankreich zusammenarbeiten sein wir bestellen die ja angeblich auch um quasi unsere nukleare Teilhabe hier in Deutschland zu sichern also das quasi im Fall der Fälle deutsche Piloten amerikanische Atomwaffen transportieren können die Grünen sind ja auch gegen amerikanische Atomwaffen in Deutschland seid ihr das immer noch? da sind wir halt jetzt in der schwierigen Lage mit Russland und auch da gibt es intensive Debatten das ist halt auch als überhaupt nicht einfach zu entscheiden nämlich wie gesagt wir sehen halt jetzt endgültig wie das imperiale Russland agiert helfen uns die amerikanischen Atombomben oder gefährden sie uns auch vielleicht weil es gibt ja Militärs die sagen naja das führt halt dazu dass wir dann der erste das erste Angriffsziel sind also im Kalten Krieg das waren auch immer die grüne Position im Kalten Krieg war man der Meinung die Abschreckung funktioniert und man kann da jetzt sehr drüber diskutieren ich würde da auch ein großes Fragezeichen machen an die diese Doktrin Abschreckung in der Form Abschreckung und braucht es natürlich aber angesichts dessen was wir gerade mit Russland erleben ist das gerade nicht der Moment wo man sagt ey wir rüsten jetzt einheitlich ab es gibt ja sogar Leute in Deutschland die jetzt schon deutsche Atombomfe oder das machen die Grüne nicht kannst du das bestätigen ja man weiß ja bei euch jetzt nicht naja das stimmt halt nicht ihr geilt immer als Friedenspartei als Abrüstungspartei das ist jetzt ja aber aktuell das Gegenteil ja aber es gilt halt bei den Fällen wo wir der Meinung waren gilt es halt weiterhin man hat diesen Fall nicht im Blick und konnte sich nicht vorstellen dass das passiert wie gesagt bei so einem Fall wie dem Jemen-Krieg sind wir selbstverständlich weiterhin der Fall dass wir da keine Waffen an Saudi-Arabien oder andere beteiligte Länder liefern sollten aber ihr seid auch immer noch der Meinung dass wir abrüsten müssen alle gleichzeitig bist du aber für die Aufrüstung wir sind auch der Meinung dass wir du hast ein ganz entscheidendes Wörtchen eingebaut alle aber wenn halt ein entscheidendes Land gerade das krasse Gegenteil macht und als Diktatur seinen demokratischen Nachbarn überfällt ist halt die Voraussetzung die du schon zu Recht in deiner Frage mitformuliert hast diese Voraussetzung ist halt nicht mehr gegeben gerade wie gesagt falls ihr Fragen an Toni habt stellt sie Hans er kommt dann so in ca. einer halben Stunde nochmal ganz kurz warum distanzieren sich eigentlich aktuell die grünen Parteivorsitzenden von dir Baerbock Habeck die distanzieren sich ja nicht von meiner Position sondern denen fällt es halt ein bisschen schwer und das ist ja auch aus deren Position absolut nachvollziehbar dass ich ein paar etwas harte Worte in Richtung Kanzler verloren habe und da kannst du ja nicht sagen als Parteivorsitzender so ah ja das Kanzleramt da gibt es schon gerade ein Problem das geht einfach nicht Hast du nicht gewusst was du da sagst? Ja natürlich habe ich gewusst was ich sage Du hast es trotzdem gemacht? Ich habe es gemacht um den Druck zu erhöhen dass sich die Dinge verändern Wirst du das weiter so machen? Das machen Oder hast du vielleicht daraus gelernt dass man jetzt nicht alles machen und fordern sollte Inzwischen alles machen und fordern und den Druck zu erhöhen ist ein großer Unterschied Man macht es natürlich überhaupt nicht leichtfertig und auch nicht leichten Herzens sondern man macht es wenn man glaubt oder ich habe es gemacht wenn man der festen Überzeugung ist es ist jetzt dringend notwendig um den Druck zu erhöhen um die Position in eine bestimmte Richtung zu verschieben Ich habe mich ja gefragt es galt ja eigentlich ausgemacht dass du Minister wirst würdest du jetzt als Bundesminister meinetwegen Landwirtschaftsminister auch so formulieren und so fordern Nein Nein natürlich nicht Warum? Weil es unterschiedliche Rollen gibt als Kabinettsmitglied ist man im Kabinett eingebunden da agiert man intern im Kabinett als Parlament als Ausschussvorsitzender ist man Teil des Parlaments da ist man nicht Teil der Regierung aber du bist Teil deiner Fraktion deiner Partei und da ist man einfach freier und Demokratie und Parlament tut es in meinen Augen einfach gut ein selbstbewusstes mit eigenen Statements und manchmal auch mit Dingen die die Regierung nicht glücklich macht agierende Parlamentsvertreter zu haben und das ist jetzt überhaupt nichts so ungewöhnliches Marie Agnes Strack-Zimmermann die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hat ihr ähnliche Forderungen erheben und war auch ähnlich deutlich die ist jetzt nicht Grüne und ist ein anderer Ausschuss aber hat ihr Ähnliches gefordert Manche denken ja das ist so ein bisschen auch so eine kleine Rache an deinen Grünen weil du nicht das bekommen hast was du haben wolltest und deswegen sozusagen fordere ich lautstark was zum Beispiel Annalena Baerbock auch schon gesagt hat nämlich schwere Waffen zu liefern wie gesagt du hast gerade auch eingeräumt die hat sich trotzdem distanziert von dir ich weiß gar nicht ob Annalena Baerbock ich weiß bloß Parteivorsitzende aber die haben sich distanziert von meiner Kritik am Kanzler das müssen sie natürlich in ihre Rolle auch und ich meine ich finde es ehrlich gesagt eigentlich fast ein bisschen arg seltsam angesichts dessen gerade wenn man auch in der Ukraine war wenn man sich die Bilder anschaut zu glauben man hat da eine Position wegen irgend so Postensachen in der Vergangenheit Ja gut es gibt schon einige wenn man mit Mitgliedern aus deiner Fraktion redet da kommen immer wieder die Aussagen der Toni ist bockig seitdem er den Ministerposten nicht bekommen hat als irgendwie bei Übergabe von KGE und dir auf Hasselmann da Blumensträuße vergeben wurden da bist du richtig angetrottelt gekommen und hast keinen Bock gehabt und bist dann wieder während noch geredet wurde wieder zurückgestampft also man hätte dir deine keine Lust und eine scheißige Anhaltung angesehen Also dass man nicht glücklich ist wenn man sowas erlebt was ich im Herbst erlebt habe ist doch klar aber zwischen ich kenne keinen Menschen der glaube ich sagen würde so okay bin halt so behandelt worden mir doch egal aber das hat doch nichts zu tun jetzt Monate später mit einer Positionierung in so einer existenziellen Frage Ja das ist ja das wird einige sehen das ja dass du jetzt quasi die Chance ergreifst ja jetzt quasi in der Öffentlichkeit eine neue Rolle zu finden und den den Scharfmacher den Einige sehen das so ja das heißt immer gerüchtemäßig ich kenne keinen der es mir direkt sagt Was ist dir im Herbst passiert? Ich bin halt nicht Minister geworden obwohl es anders versprochen war Wie hat es dir versprochen? Das ist jetzt lang genug rum das müssen wir jetzt nicht mehr ausbreiten Wenn du sagst wenn es eh bekannt ist Ne ich habe ehrlich gesagt da keine Lust ist immer wieder zu wiederholen und davon wird die Geschichte auch nicht besser Also Stand ist das Robert die das versprochen hat Robert Habeck als Parteivorger Wie gesagt da ist viel in den Medien spekuliert worden Ich halte nichts davon sowas auszubreiten deswegen habe ich in den Medien dazu nichts gesagt und da gibt es aus meiner Sicht einfach nicht mehr zu sagen Du dementierst jetzt ja auch nicht aber warum bist du es denn nicht geworden? Wie gesagt ich bin es nicht geworden Warum wurde das Wort was man dir gegeben hat nicht eingehalten? Es wurde halt nicht eingehalten und wie gesagt Ja warum nicht? Das weißt du doch Da mag es viele Gründe geben ich halte nichts davon sowas in den Medien auszubreiten Ja was hat dich doch hast du doch selbst gesagt verletzt Ja was hat mich verletzt Was dich im Herbst da Ich sage ja es hat mich verletzt war das Versprechen das mir gegeben worden ist nicht eingehalten worden ist und das ist auch genug was dazu zu sagen ist Aber du willst nicht darüber reden warum es nicht eingehalten wurde? Ne was einfach ich wenig davon halte sowas immer und immer wieder durch die Medien zu zerren Das macht es nicht besser Du hast ja gesagt dass du bisher nicht darüber geredet hast dann können wir es ja mal machen Nö Hast du mit Michael Kellner seit der Entscheidung mal geredet? Der hat ja quasi im Bundesvorstand hier so ein bisschen den Dolch in den Rücken Der war ja quasi der linke Vertreter im Bundesvorstand Er musste diesen Ministervorschlägen zustimmen dass Cem es wird und nicht du Ja selbstverständlich habe ich mit Michael Kellner geredet Wir haben einfach ein paar Themen wo wir etwas miteinander zu tun haben und wie gesagt ich halte es ehrlich gesagt überhaupt nichts davon es gibt gute Gründe warum ich mich entschieden habe das nicht breit zu treten weil das nichts besser macht und wie gesagt Gab es denn gute Gründe warum du nicht Minister wirst und stattdessen Cem? Verstehst du das? Ich habe dir schon gesagt was ich dazu sage ist was ganz Simples Verstehst du warum du es nicht geworden bist? Du willst ja nicht darüber reden warum du es nicht geworden bist aber verstehst du warum? Kannst du es nachvollziehen? Ich habe gesagt es ist ganz simpel ich wäre es gern geworden ich bin es nicht geworden ich war damals verletzt und jetzt ist es auch gut Bist du nicht mehr verletzt? Ach das weiß man aber nie so ganz genau da muss man aber vorsichtig mit sich selber sein Ich will jetzt ja keine Wunden aufgemacht haben Ach nö Gott ich finde es bloß aber nervig wenn man sagt das ist jetzt rum Ja ich will es trotzdem wissen Nee es ist jetzt rum Könntest du es noch werden? Kann ja sein dass man wieder noch eine grüne Ministerin oder ein Minister abtreten muss oder irgendwo ein Baden-Württemberg-Ministerpräsident wird Ich halte auch noch weniger davon über Personalspekulationen Ich wollte wissen ob du es werten könntest weil es gibt ja auch die Gerüchte ja die Grünen haben einen Koalitionsvertrag vereinbart wenn es einen neuen EU-Kommissar geben müsste aus Deutschland dann dann wird es der Toni Stimmt das denn? Also der Koalitionsvertrag ist öffentlich du kannst ja gern mal drin nachlesen ob du es findest Ja darum frage ich dich ja Ja er ist öffentlich Von Hofreiter steht da nichts drin Ja eben Aber so Personalentscheidungen werden daran getroffen wenn sie anstehen und sie werden nicht davor zumindest wenn die Leute klug sind im Internet oder im Fernsehen diskutiert Gut Kommen wir nochmal ganz kurz zu dir Du bist ja damals als Schüler schon in die Grünen eingetreten Warum damals? Dafür gab es viele Gründe das Waldsterben war ein Grund Atomkrieg Angst vor Atomkrieg hatte ich auch noch gesehen Ja das war es allerdings gar nicht so präsent dann viel stärker war die Auseinandersetzung unter Atomkraft als solches dann internationale Gerechtigkeit dann auch überhaupt generell Umweltschutz das waren so ganz stark eher die Gründe Damals war ja auch NATO die Raketen in Deutschland und der Krieg Atomkrieg Die großen Debatten darüber waren ein bisschen früher und wie gesagt bei mir war der Hauptgrund Öko Aber ich hatte gelesen dass du auch damals Angst vor dem Atomkrieg hattest hast du heute auch Angst vor dem Atomkrieg weil am Ende würde ein Dritter Weltkrieg dazu führen Angst ist glaube ich das falsche Wort Wir müssen alles dafür tun dass sich der Krieg nicht ausweitet Mit allen Mitteln Ne ne also mit allen Mitteln müssen wir mit allen Mitteln den Dritten Weltkrieg verändern Wir müssen dafür sorgen dass sich der Krieg nicht ausweitet und man sollte auch nicht immer zu viel vom Dritten Weltkrieg reden Das ist auch Teil der psychologischen Kriegsführung von Putin Warum? Um die Leute hier in Angst zu versetzen um zu hoffen dass sie dann aufhören die Ukraine zu unterstützen Aber man kann ja die Ukraine unterstützen meinetwegen mit schweren Waffen und trotzdem Angst und Respekt vor einem Dritten Weltkrieg haben Respekt auf alle Fälle aber man sollte es trotzdem nicht immer die ganze Zeit auswalzen weil es nämlich wie gesagt Teil der psychologischen Kriegsführung von Putin ist Hat denn die Friedensethik aus den 80ern der Grünen noch was mit der heutigen zu tun? Habt ihr noch eine Friedensethik? Selbstverständlich ich habe meine Friedensethik denn ich habe ja vorher schon gesagt zum Beispiel so Fragen wie der Export von Waffen in den Jemen ein besseres Rüstungsexportkontrollgesetz das ist durch diesen Fall nicht berührt das ist weiter richtig aber wir haben halt jetzt wieder in Europa einen Krieg in der Form wie wir sie eigentlich davor nur wie wir sie davor eigentlich seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr kannten und darauf muss man Antworten geben und zwar schnell weil der Krieg jetzt stattfindet und die Leute jetzt sterben Weißt du eigentlich pro NATO als du eingetreten bist in den 80ern? Nein natürlich nicht Jetzt bist du es? Jetzt wollen selbst Finnland und Schweden in die NATO Jetzt bist du es? Ja Ist das das Nonplusultra oder könnte Europa auch was anderes? Ja natürlich wäre es schöner wenn wir insgesamt eine andere Sicherheitsarchitektur hätten Aber im Moment und man weiß nicht wann es sich ehmals wieder ändert mit einem imperialen diktatorischen Russland geht das halt nicht Das ist eine bittere Erkenntnis aber es ist so Russland entwickelt sich in Richtung Diktatur ist seit Jahren eigentlich unterwegs sich in die Richtung zu entwickeln Sollte Europa militärisch souverän werden? Europa sollte militärisch deutlich souveräner werden Ja Souverän Da kann man immer darüber streiten was das dann am Ende bedeutet souverän zu werden Also in der NATO ist ja der Special Allied Commander ne Supreme Allied Commander immer der Im Moment sind wir davon sehr sehr weit entfernt aber man stelle sich vor es könnte ja alles noch schlimmer sein man stelle sich vor Trump der Putin-Freund wäre jetzt amerikanischer Präsident Könnte bald wiederkommen Dann hätten wir nochmal ein ganz ganz anderes Problem Das ist auch einer der Gründe warum wir die Bundeswehr besser ausrüsten müssen deutlich besser ausrüsten müssen So nur gegen einen Trump-Kämpfer Nein Quatsch Lass mir mal an Spaß Ah ich weiß es nicht ich halte viel von Späßen aber ich glaube im Moment ist das so ein bisschen zu bitter und zu ernst Ja aber Trump könnte wiederkommen Ich hoffe nicht aber das ist einer der Gründe warum wir in Europa militärisch souveräner werden müssen warum wir stärker zusammenarbeiten warum wir die 27 Rüstungsbudgets besser koordinieren müssen warum wir was ich vorher an dem Beispiel schon gesagt habe vielleicht nicht unbedingt 17 Kampfpanzermodelle nebeneinander haben sollten weil es einfach eine gigantische Geldverschwendung ist und es ist schlimm genug dass wir uns mit Kampfpanzermodellen beschäftigen müssen es macht glaube ich also mir macht es zumindest keinen Spaß aber ich glaube vielen Leuten auch nicht und ich glaube die meisten Militärs werden auch deutlich froh wenn die Situation nicht so wäre Zum Schluss du bist ja als Schüler bei den Grünen eingetreten wusstest du eigentlich schon als Schüler dass du irgendwann mal in den Bundestag kommen willst oder wusstest du da okay ich will auf jeden Fall Chemie studieren und Biologie als Schüler wusste ich gleich weder das eine noch das andere ich habe dann Chemie und Biologie studiert und dass ich im Bundestag gelandet bin da ist am Ende dran schuld dass Schröder die Nerven verloren hat ja klar ich hatte meine Doktorarbeit fertig habe Postdoc gemacht und als ich dann so richtig ernsthaft ernsthaft ich habe schon so ein bisschen mal ins Europaparlament und schon mal so ein bisschen für den Bundestag als ich das erste Mal ernsthaft ernsthaft kandidiert ja halt ist einfach wirklich probieren reinzukommen da gibt es ja ganzen Haufen Leute die sowas probieren habe ich dann zu den Leuten gesagt die mir das vorgeschlagen haben so nee bis dahin bin ich hoffentlich nicht mehr in Deutschland und zwar nicht weil ich was gegen Deutschland hatte sondern weil halt um die wissenschaftliche Karriere vorzusetzen muss man Postdoc im Ausland sein da habe ich hoffentlich meine Stelle bereits im Ausland angetreten und gehe weiter in der Wissenschaft also ich bin eher gerade dabei mein politisches Engagement mir zu überlegen wie das abwickele übergebe und so und dann hat Schröder die Nerven verloren dann war klar dass die Bundestagswahl früher ist dann kamen die Leute die mir das vorgeschlagen haben wieder sagen mir Toni mag es nicht ich sag doch nach einer gewissen überlegungszeit jetzt probiere es und dann mit ernsthaft ernsthaft meine ich ich probiere es wirklich mit guter Vorbereitung wenn sie sich richtig gut auf die Rede vorbereiten und so weiter und so fort dann hat es geklappt über Landesliste seitdem ja genau vielleicht kommst du jetzt bei der nächsten Wahl auch direkt rein ah mein Wahlkreis ist nicht ganz einfach vielleicht sind die Krauss-Maffei-Wegmann-Mitarbeiter jetzt auf deiner Seite oder so mein Wahlkreis ist nicht ganz einfach aber wer ist dein Gegner gegen wen verlierst du immer gegen den CSU-Kandidaten im Moment Florian Hahn aber der Abstand wird jetzt mal der Abstand wird von jeder Wahl geringer also wenn es linear so weitergeht bin ich es nicht das nächste Mal sondern das übernächste Mal wie lange willst du noch am Bundestag sein das glaube ich das entscheidet man einfach jedes Mal vor der Wahl also rechtzeitig vor der Wahl wenn man es im Kreisverband Bescheid sagt und so weiter du bist ja 97 Diplombiologe geworden hast danach noch promoviert Botaniker könntest du den Job jetzt immer noch machen also wenn du jetzt aussteigst wenn du bist jetzt Anfang 50 angenommen du hast keinen Bock mehr auf den Bundestag nee in der Naturwissenschaft wenn man so lange draußen ist ist das kompliziert also da macht man wenn man dann irgendwas anderes man hat ja tausend Dinge jetzt gemacht also Rückkehr in die Biologie das ist gerade bei Naturwissenschaften die sich so stürmisch entwickeln wirklich sehr kompliziert vielleicht machst du irgendwie so vielleicht bist du Florist oder so ich habe gehört wenn man mit dir spazieren geht du kannst jede Blume benennen die ja in Deutschland gibt es nicht so viele also die Artenvielfalt ist nicht so groß also die ist eher gering im Vergleich zum Beispiel zu den Tropen da hast du eine Vielfalt an Artenvielfalt und weil du meintest du musstest ins Ausland war das als du in Südamerika warst nee nee ich war für meine Doktorarbeit ja ganz viel in Südamerika ich habe irgendwann mal gelernt du warst in den Anden und hast dich da mit einem Straßenräuber auseinandergesetzt achso ja da gab es die eine oder andere schwierige Situation erklär mal was ist da passiert das war noch vom Bundestag und sowas ja ja das war vom Bundestag ich war halt für meine Doktorarbeit in sehr entlegenen Regionen unterwegs und da gerade wenn du eine Kamera dabei hast selbst wenn du eigentlich von einem Dollar am Tag lebst ist das doch eher wohlhabend und es gibt halt Leute die haben Gewehre und die glauben halt dann mit Hilfe der Gewehre findet ein Vermögenstransfer statt und da kann man halt den Leuten auch erklären dass der jetzt nicht stattfindet ich habe gehört du hast ein Messer dabei gehabt oder so ja da hast du natürlich ein Messer dabei du hast auch wenn du in manchen Regionen unterwegs bist du hast eine Machete dabei du hast auch ein schweres Stemmeisen dabei wenn du Dinge ausgräbst und wie gesagt wenn du dann auf Leute triffst dann kannst du denen auch wenn man ein gewisses Geschick hat deutlich machen dass man das jetzt einfach mal sein lässt wie wie lerne ich sowas was kann ich bei dir so einen Kurs machen gewaltfreie Konfliktlösung es war ja nicht immer hundertprozentig gewaltfrei aber achso auch ist dir mal was passiert ne mir ist nie ernsthaft hast du wem was angetan ich habe zum Glück auch nie jemand was angetan also aber ich hatte halt ein paar Begegnungen es gibt halt auch Begegnungen was weiß ich dann hast du halt ein Gewehr am Lauf in der Hand oh in Südamerika war das ja zum Beispiel fuck ja was weiß ich das der eine Fall das war Guardia Civil in Venezuela die wollten halt einfach Geld ich habe gesagt die kriegen das Geld nicht da haben sie halt gemeint sie müssen mir so ein Gewehr unter die Nase halten oder nimmst du halt das Gewehr am Lauf und ziehst du drückst das aus dem Gesicht raus wie kannst du das normalerweise reagiert man ja so okay hier los 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 ich habe Angst ich halte einfach hast du schon so abgeklärt oder was ich halte einfach wenig davon Leuten so ohne weiteres nur weil sie glauben aggressiv sein zu können ihre Wünsche zu erfüllen das man kann den Leuten auch klar machen nee das passiert jetzt nicht darüber haben wir die letzten zwei Stunden glaube ich geredet ja Toni vielen Dank ich war da dass Hans Hans kommt dann frage ich nochmal es gab irgendwie Fragen ob du jetzt weil ja für viele hast du jetzt einen neuen Style also einen neuen politischen Style gebracht kann man auch einen neuen Style kann man sich äußerlich erwarten in welcher Hinsicht ich meine ob ich mir die Haare schneiden lasse das ist so eine lustig alberne Frage die ich regelmäßig kriege ja genau ich jetzt kann dir keiner mehr vorhören wenn du so ein pazifistischer Hippie bist hört man ja mal ändern vom Typus her war ich nie klassisch pazifistisch hab mir ja vielleicht auch an bestimmten Dingen gemerkt aber man sollte eben nicht immer zu viel in Dinge rein interpretieren darum haben wir heute so lange drüber geredet damit wir nicht so viel interpretieren müssen es gibt ja Leute die dich jetzt früher gut fanden jetzt wegen deiner aktuellen Position scheiße finden ich glaube wir konnten da ein bisschen mehr Verständnis dafür sorgen wie gesagt ich glaube dass das was wir uns alle klar machen müssen ist dass die Realität sich so brutal verändert hat das glaube ich müssen wir uns alle klar machen und trotzdem viele Positionen wie zum Beispiel dass man nicht in Bürgerkriege einfach Waffen rein liefert diese Position ist in meinen Augen weiter richtig aber wir haben halt jetzt eine Realität wo Länder oder ein Land einen Eroberungskrieg versucht zu führen und darauf brauchen wir Antworten die dieser Situation angemessen sind und die Situation haben wir uns echt nicht ausgesucht Toni Hofreiter vielen Dank jetzt kommen noch die Antworten von dir auf die Publikumsfragen die hat Hans mitgebracht Toni nimm einen Schluck Wasser es gibt Menschen die sorgen sich und sagen gute Güte habt ihr die Heizung hier so hoch gedreht ist erträglich eigentlich nicht oder Temperatur es ist schon ein bisschen warm hier aber ich weiß es nicht ob es bei euch im Studio immer so warm ist ja wie viel 22 Grad ja das ist natürlich ganz schön viel die Lampen sind auch ziemlich stark ihr habt ja zum Ende eben nochmal auch über deinen wissenschaftlichen Background gesprochen es gab im Chat eine ganze Reihe von Menschen du kennst das die spotten dann rum und sagen früher war er Biologe und kannte sich mit Pflanzen aus und jetzt will er auf einmal was von Militärgerät verstehen ist in irgendeiner Weise eine wissenschaftliche oder deine wissenschaftliche Ausbildung an sich hilfreich gewesen beim Begreifen und Analysieren dieser nun völlig anderen Thematik kaum außer in der Hinsicht und das sollte eigentlich nahezu allen Abgeordneten so gehen dass man im Idealfall sehr schnell in der Lage sich ist sich in komplexe neue Themen einzuarbeiten und ich bin halt der Meinung dass immer klug ist bevor man sich äußert dass und ich bin weit davon entfernt zu behaupten dass ich ein Militärexperte bin aber wenigstens ein gewisses Grundverständnis zu haben worüber man da eigentlich redet das ist ein gewisses Grundverständnis Lars B. fragt anknüpfend an deine Äußerungen dass dass die Nichtlieferung von Waffen sozusagen kriegsverlängernd wirken könnte er fragt was lässt sich vermuten dass Putin lieber eine Niederlage weil die Ukraine Waffen hat einräumt als dass er den Krieg noch brutaler führen würde also das Argument wenn man der Ukraine jetzt Waffen liefert Putin gerät an den Rand einer Niederlage ist dann nicht die Gefahr dass er dann noch brutaler reinhaut die Gefahr besteht natürlich dass er die Ukraine dann noch aggressiver angreift aber das ist nichts was wir zu entscheiden haben sondern es haben die Menschen in der demokratischen Ukraine zu entscheiden ob sie kämpfen ob sie kapitulieren unter welchen Bedingungen sie bereit sind in Frieden einzugehen das ist schlichtweg deren Entscheidung und das ist das auch was die mit am meisten ärgert ist dass wir immer paternalistisch glauben besser zu wissen was für sie gut ist als für sie selbst und das ist gerade eine Art des Umgangs das man mit Osteuropa zu lange auch gepflegt hat deswegen sind die da auch besonders allergisch drauf Angela K. fragt wird bei den Grünen eigentlich so etwas wie Friedensethik überhaupt noch diskutiert und gedacht es kommt immer darauf an was man im speziellen Fall darunter versteht aber selbstverständlich sind wir in meinen Augen weiter eine Partei die sich darum bemühen auf friedliche Lösungen zu setzen es gibt halt bloß Fälle und das wird uns gerade ganz brutal vorgeführt in Russland wo das bittererweise nicht funktioniert Utan fragt aus dem Forum schon vor dem Angriff Putins auf die Ukraine gab es ja in den westlichen Medien den eigentlich als Schimpfbegriff gemeinten Terminus Putin-Versteher siehst du eigentlich auch so etwas analog wie NATO-Versteher gibt es die auch also sozusagen diejenigen die bereitwillig dem Narrativ NATO macht schon alles richtig folgen natürlich gibt es auch immer Leute die relativ unkritisch dem Narrativ folgen ich glaube NATO weniger sondern die Amerikaner machen alles richtig ein klassisches Beispiel war ja da der Irakkrieg wo es ja auch Leute gibt ja wenn die Amerikaner den Irak angreifen dann wird das schon seine Richtigkeit haben ich glaube der prominenteste Vertreter da in Europa war Tony Blair und deswegen gibt es ja auch Leute die oder deswegen ist Tony Blair auch in Großbritannien extrem unpopulär weil inzwischen ja vollkommen eindeutig ist dass die Kriegsgründe mehr oder weniger fabriziert oder erfunden die Frage zielt ja darauf ab dass er eigentlich sagen will Tony jetzt bist du der NATO-Versteher und der nützliche Idiot hat er auch gesagt ja aber es geht hier nicht in erster Linie um die NATO sondern es geht darum die Ukraine zu unterstützen und wie gesagt bei vielen dieser Fragen und ich kenne die auch schon länger jetzt schimmert immer so durch dass die Ukraine eigentlich nicht weiß was sie will keinen Anspruch hat darauf überhaupt was eigenes zu wollen und das sollten wir einfach aufs schärfste zurückweisen nie wieder fragt da du für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine bist wärst du auch persönlich bereit in der Ukraine zu kämpfen das ist jetzt noch eine etwas andere Frage als die die vorhin Tilo gestellt hatte es geht nicht darum selbst in der Ukraine zu kämpfen sondern die Ukraine bittet uns drum dass wir sie unterstützen und ohne Selbstkriegspartei zu werden und wir können nicht Selbstkriegspartei werden und deshalb ist für mich vollkommen klar wir unterstützen die Menschen in der Ukraine die bereit sind zu kämpfen um ihr Land um ihre Freiheit ohne Selbstkriegspartei zu werden was sie dafür benötigen die Frage wurde sozusagen mit der Ergänzung gesagt wer dafür ist da schwere Waffen hinzuliefern der müsste eigentlich auch persönlich bereit sein selbst dort zu kämpfen einfach um zu begreifen was die politische Tragweite solcher Beschlüsse ist ich weiß nicht was sich die Leute das woher die Leute die Arroganz nehmen über die Menschen in der Ukraine so zu bestimmen weil nämlich ich war ja selbst in der Ukraine und wir haben mit den Leuten gesprochen die erwarten nicht von uns dass wir zu ihnen kommen und selbst kämpfen das ist überhaupt nicht die Erwartungshaltung aber deren Erwartungshaltung ist dass da sie ihr Land überfallen wird und sie sich entschieden haben zu kämpfen dass wir sie dabei unterstützen das ist deren Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung bin ich der Meinung sollten wir erfüllen ohne wie ich es schon sagte ohne selbst Kriegspartei zu werden Joachim Mayer-Heitus fragt würdest du über das Handeln oder das Handeln der ukrainischen Regierung als kollektive Notwehr bezeichnen das kann man in gewisser Hinsicht so bezeichnen nämlich das Land wird überfallen und sie verteidigen sich gegen diesen Überfall A.161.tech fragt warum sagen die Grünen nur etwas über Kriegs oder zu Kriegsverbrechen der Russen aber nicht zu Kriegsverbrechen der USA und anderer Verbündeter wir haben auch sehr viel zu Kriegsverbrechen die zum Beispiel die USA im Irak begangen haben gesagt und im Moment geht es um die Kriegsverbrechen die Russland begeht und die einfach zu schrecklich sind und so etwas was Russland gerade in der Ukraine anrichtet hat zum Glück und damit zum überhaupt nicht kleinreden was in Abu Ghraib passiert ist oder auch zivile Opfer von den Einsätzen in Afghanistan sowas hat vergleichbar zum Glück kein demokratisches Land in den letzten Jahrzehnten getan naja also der Jemenkrieg hat glaube ich 230.000 Tote gefordert mit Waffen die auch von westlichen Nationen auch Deutschland geliefert worden sind ist das nichts darüber haben wir ja schon geredet deswegen wollen wir auch ein schärferes Rüstungsexportkontrollgesetz es ist trotzdem nochmal ein Unterschied ob Saudi-Arabien diese Kriegsverbrechen begeht oder das Land das liefert direkt und Russland begeht die Kriegsverbrechen direkt in der Ukraine und die werden nicht von irgendjemand anders mit Hilfe von russischen Waffen begangen das ist auch schon nochmal ein gigantischer Unterschied und zwar ein gigantischer Unterschied aber deswegen sollten wir trotzdem mehr tun um den Bürgerkrieg im Jemen in den Griff zu kriegen das wird ja immer so als alternativ dargestellt das ist ja so ein Wotsaboutism weil sie da jetzt dafür sind da dürfen sie eigentlich nicht dafür sein weil da gibt es ja auch andere schreckliche Verbrechen ja da gibt es auch andere schreckliche Verbrechen deshalb wie gesagt das erschärferen Rüstungsexportkontrollgesetz für so Fälle wie im Jemen bleibt richtig Zulej fragt welche Werte von Bündnis 90 also sozusagen eurer ostdeutschen Wurzel dieser Partei sind eigentlich heute noch übrig sind die Grünen jetzt die neuen Liberalen und flexibel mit Werten nehmen sie Gas importet zum Schutz der deutschen Wirtschaft in Kauf gerade Bündnis 90 hat noch mal stärker die Menschenrechtsfrage mit in die Grünen reingetragen und deshalb die Verteidigung der Menschenrechte in der Ukraine mit Sanktionen und mit Waffenlieferungen glaube ich ist nichts was prinzipiell gegen Bündnis 90 teil geht nämlich wie gesagt die haben aufgrund ihrer Diktaturerfahrung noch mal die Betonung das Schutz von Menschenrechte die Betonung das kam für die Demokratie also meine Erfahrungen noch mal verstärkt in die Partei getragen Henning S kannst du einen Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg nennen der durch Waffen beendet wurde wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg keinen klassischen Eroberungskrieg mehr gesehen und deshalb ist es ja aber Kriege aber Kriege und das waren überwiegend Bürgerkriege und ein immer noch laufender schwieriger Einsatz aber immerhin Frieden ist Kosovo am Ende wird immer verhandelt aber im Moment muss die Ukraine erstmal in der Lage sein sich zu verteidigen dass sie überhaupt in der Lage ist zu verhandeln nämlich das Kriegsziel von Russland ist die Vernichtung der Ukraine wie Putin betont hat Simon fragt glaubst du dass der Umstand dass dieser Krieg von Russland geführt wird alte Feindbilder erneut mobilisiert und dass wir deswegen ähm emotional stärker involviert sind als bei anderen Kriegen also sozusagen der böse Russen passiert das es gibt antirussische Ressentiments die wieder etwas stärker werden aber ich glaube die Ursache warum das emotional so stark berührt ist erstens weil der Krieg so brutal geführt wird und zweitens weil es so nah da ist ist ja überhaupt nicht weit weg also wie ich in die Ukraine gefahren bin ich bin hingefahren das ist näher dran als Rom ja ich bin mit dem Zug nach Warschau gefahren und der fährt nur sechs Stunden und das auch nur deshalb weil er so langsam fährt weil es sind bloß 600 Kilometer dann sind wir noch einige Stunden Auto gefahren und dann waren wir im Kriegsgebiet SUK gibt es einen Plan nach dem Krieg mit Russland also für die Region wirklich also sowohl für die Ukraine als auch für das Verhältnis zu Russland das ist einfach schlichtweg ganz abhängig davon wie sich Russland entwickelt ich glaube ganz viele europäische Länder würden sich nichts mehr wünschen als wie das Russland das gerade auf dem Weg in die Diktatur ist das bereits eine Diktatur ist sein imperialistisches Gehabe und sein diktatorisches Regime verändert ich meine Belarus ist ja de facto ein Vassal von Russland und ich glaube dass das einfach ganz stark davon abhängig ist wie Russland sich entwickelt Joachim Schuster fragt ist es an der Zeit für eine Reform der Vereinten Nationen auch mit einer eigenen internationalen Streitmacht es wäre dringend notwendig die Vereinten Nationen zu reformieren das hat man ja vorher ganz ausführlich dass das mit Völkerrecht einfach extrem kompliziert ist in dem Moment wo einer blockieren will blockiert dann wo eine der fünf Veto-Mächte blockiert das heißt wenn schwerste Verbrechen begangen werden dann deshalb da wäre eine Reform dringend notwendig ob es direkt eigene Streitkräfte braucht das ist nochmal eine andere Frage aber eine Reform der Vereinten Nationen ist dringend notwendig aber natürlich aufgrund der Blockade und gerade von den fünf Veto-Mächten sind zwei immer diktatorischer werdende Länder nämlich Russland und China beide imperialistisch unterwegs wird das halt auch sehr sehr schwierig bis an die Grenze des Unmöglichen aber deswegen muss man es trotzdem weiter versuchen ein paar Fragen haben wir noch Covid fragt wie siehst du das Sondervermögen Bundeswehr wäre das Geld nicht besser bei Klima und Umweltschutz aufgehoben es sollte kein entweder oder geben wir brauchen dringend mehr bei Klima und Umweltschutz nämlich langfristig droht die Klimakrise unsere eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten also für uns alle und die Aussterbekatastrophe also das Artensterben das gern vergessen wird genauso aber wir haben es ja vorher ausführlichst diskutiert es ist halt bittererweise so dass wir eine imperiale Macht in Europa haben die Angriffskriege wieder führt und deswegen brauchen wir auch eine besser ausgestattete Bundeswehr Shadowization Productions hat Scholz im Hinblick auf die Ukraine Rückgrat bewiesen oder ist er ein schwacher Kanzler handelt er im Interesse Deutschlands wir haben jetzt am gestern also am Donnerstag gemeinsam einen Antrag beschlossen der in meiner Meinung jetzt richtig in die richtige Richtung geht und ich habe es ja schon deutlich geäußert dass ich der Meinung war dass der Kanzler in den letzten Wochen manchmal zu zögerlich war aber ich hoffe dass jetzt alles sich in eine bessere Richtung entwickelt in diesen schwierigen und schrecklichen Zeiten Wie kommt es fragt Petra H. aus L dass in der Ampelkoalition der kleinste Koalitionspartner sprich die FDP in der Lage ist die Politik zu bestimmen das kommt deshalb so weil schlichtweg die Annahme in der Frage nicht stimmt sondern es sind drei Parteien und jede Partei geht Kompromisse ein und die FDP geht auch Kompromisse ein Ja aber der Eindruck ist ja verbreitet und deswegen muss er aber nicht stimmen Aha also du würdest dem widersprechen Ich würde dem widersprechen Es ist nicht der FDP-Schwanz der mit dem Hund Ampel Also wenn man sich anschaut allein wie viel Geld wir im Moment gerade ausgeben glaube ich ist da auch eine Positionsveränderung und dann Druck der Ereignisse bei der FDP erfolgt also ich sehe das zumindest so das machen alle Kompromisse So jetzt haben wir Ah doch die muss ich nochmal stellen Marcel K das war wurde gestellt bevor du mit Thilo sozusagen über Ministeramt und so weiter gesprochen hast hast du den Eindruck dass du als Fraktionsvorsitzender abgesägt und nicht Minister wurdest weil du für eine Ampel zu scharf gewesen wärst Das ist reine Spekulation und wie ich schon sagte das ist einfach Vergangenheit ich habe es schon mehrmals gesagt ich war alles andere wie glücklich wie das gelaufen ist ich war auch nicht glücklich mit dem Ergebnis aber jetzt ist es einmal gut Joachim Mayer-Heithus nochmal hat sich das Handeln Grüner Minister seit Kriegsbeginn auf die Mitgliederzahlen deiner Partei ausgewirkt Austritte Eintritte weißt du das das weiß ich nicht da müsste mal Emily Bühning unsere Bundesgeschäftsführerin fragen dann Taron Jabberwocki wie kommst du Toni damit zurecht manchmal für dein Aussehen angefeindet zu werden hat dich das schon mal persönlich tief getroffen ich habe da eine gewisse Übung damit weil ich schon lange Haare habe ich habe glaube ich lange Haare seit ich 17, 18 oder 19 bin ich weiß es nicht mehr seit jetzt über 30 Jahre da kriegt man eine gewisse Entspanntheit Magnus was hältst du von Botschafter Melnick und seinen Angriffen auch seinen Attacken auf Twitter zum Beispiel seine Verteidigung des Bandera-Kults und so weiter das mit Bandera ist ein riesen Problem im persönlichen Gespräch ist der sehr angenehm und vernünftig hast du ihn mal darauf angesprochen warum er war ja am Grab von Bandera in München hat das dann auch noch über Twitter gepostet ich finde das wie gesagt wirklich schwierig ich hatte bis jetzt immer nur es ging immer um das ganz aktuelle aber das ist etwas was ich wirklich ein Problem finde aber auf der anderen Seite finde ich es auch angesichts dessen was gerade in der Ukraine passiert halt auch ein Problem dass wir uns als Deutsche gern so intensiv mit so Nebendebatten beschäftigen was sagt jetzt der Botschafter schon wieder war das Wort zu scharf und so weiter und die politische Entwicklung in der Ukraine ist zum Teil eine sehr sehr gute die Rechtsradikalen sind da bei der letzten Wahl auf zwei Prozent runtergegangen und Bandera war eine hochproblematische Gestalt der Vergangenheit also wie gesagt also er war ein glühender Nationalist er hat mit den Nationalsozialisten kollabiert und dann paketiert ja genau also sehr bekannt und ich würde mir einfach wünschen dass wir uns jetzt erstmal vernünftig darum kümmern dass die Ukraine als demokratischer Staat übersteht und nicht erobert wird und dann gut drauf aufbauen dass die keine Nazis im Parlament haben während wir hier Rechtsradikale im Parlament haben Covid deine Stellungnahme zum Brief von 28 Künstlerinnen und Intellektuellen der heute veröffentlicht wurde ohne einen Appell an Scholz keine schweren Waffen zu liefern wie ich schon sagte ich finde es irritierend wie viele Leute bei uns immer noch glauben besser zu wissen was gut für die Ukraine ist und für die Menschen in der Ukraine und das ist etwas wo ich eigentlich erwarte von diesen Leuten dass sie sich mal stärker mit den Debatten in Osteuropa auseinandersetzen aber zum Beispiel Alexander Kluge einer wirklich da ist der Name Programm ein ganz kluger wirklich kluger Mensch seit Jahren einer der führenden deutschen Intellektuellen oder auch Ranga Yogeshwar hochqualifizierter Wissenschaftsjournalist die haben das mit unterschrieben haben die alle keine Ahnung setzen die sich nicht damit auseinander darum geht es nicht es geht darum dass immer wieder wir glauben von Deutschland aus den Menschen in der Ukraine sagen zu können weil sie eben so klug sind vielleicht auch wirklich sehr viel Wissen haben was für sie gut ist und diese paternalistische Haltung ist das was in Osteuropa und speziell jetzt gerade in der Ukraine den Leuten einfach zu Recht zu viel ist das ist ein demokratisches Land ein großes demokratisches Land das keine Rechtsradikalen im Parlament sitzen hat mit vor dem Krieg 44 Millionen Einwohnern man möge ihm zugestehen über sein Schicksal selbst entscheiden zu dürfen die beiden letzten Fragen Raskas fragt das 9 Euro Ticket muss man das nicht oder müsst ihr nicht versuchen das auf Dauer zu etablieren statt nur für drei Monate das ist jetzt eine komplizierte Frage weil es insgesamt um Verkehrspolitik geht ein ganz anderes Thema ja da hast du ja aber auch Expertise ja man braucht man muss natürlich dafür sorgen dass Menschen mit geringerem Einkommen sich öffentlichen Personen Nah- und Fernverkehr leisten können aber wir müssen halt auch genauso dafür sorgen dass das einfach deutlich besser ausgebaut wird in ganz vielen Regionen Deutschlands bringt einem das 9-Euro-Ticket gar nichts wenn ich da einfach gar kein Bus fährt oder wenn er fährt dann in der Früh und Nachmittags und am Wochenende endgültig nicht mehr deswegen gerade in der Verkehrspolitik gibt es nochmal deutlich mehr Herausforderungen aber ja man muss auch dafür sorgen dass gerade Leute mit geringem Einkommen sich Bus und Bahn auch leisten können Andermannab was ist Pazifismus für dich? da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen aber was für mich halt nicht sein kann ist dass wenn jemand sich entscheidet Pazifistisch zu sein dass das dann jemand anders bezahlt wenn ich mich entscheide als Pazifist bei einem gewalttätigen Angriff mich nicht zu wehren und dabei selbst zu sterben dann ist das meine Entscheidung wenn ich mich allerdings entscheide Pazifistisch zu sein in der Hinsicht dass wenn jemand anders angegriffen wird zu verhindern dass er sich wehren kann und der dann stirbt dann gibt es ein Problem Ist das dann unterlassene Hilfeleistung? Das ist dann eher unterlassene Hilfeleistung und deshalb bin ich der Meinung dass wir Waffen auch schwere Waffen an die Ukraine liefern müssen nämlich nicht wir werden angegriffen die werden angegriffen und deshalb ist deren Entscheidung die haben sich entschieden sich zu wehren aus sehr guten Gründen wenn man sich anschaut in welchem Zustand Russland ist wie diktatorisch es zugeht welche schwersten Verbrechen begangen sind wir haben schon 4000 Anzeigen wegen Vergewaltigung durch russische Soldaten davon circa 40% Minderjährige und solchen Menschen muss man helfen in meinen Augen Die allerletzte Frage die auch wirklich zeigt wie breit das Interesse auch derer ist die das verfolgen sehen und hören Gamer XD und nur einer von ganz vielen Fragen wie steht es aktuell mit der Cannabis Legalisierung immerhin fordern Grüne das seit Jahren aktuell in der Koalition sind zwei Befürworter Parteien von dreien beteiligt ist das jetzt noch ein Thema oder sagst du Leute das ist das Unwichtigste von allen Eine gute Drogenpolitik ist nie unwichtig weil schlechte Drogenpolitik Gewalt in manchen anderen Ländern massiv befördert aber da gilt der Koalitionsvertrag und vorher war die Rede ob man denn alle Fragen beantworten kann nein ich kann gerade nicht beantworten wie der Debattenstand ist im Kabinett zur Cannabis Legalisierung Jetzt hat Thilo mir gerade noch eine aktuelle Meldung reingegeben grünen Mitglieder ich weiß jetzt nicht wie viele aber es gibt eine Initiative von grünen Parteimitgliedern die eine Urabstimmung über das Sondervermögen also die 100 Milliarden wollen vermute mal du kennst die Initiative wie bewertest du die? Wir haben immer wieder unterschiedlichste Initiativen gehabt ich weiß gar nicht wo die stehen als ich zum letzten Mal das war heute das war heute das war ich mir angeschaut waren sie bei knapp 2000 Unterschriften es braucht noch mal deutlich mehr Unterschriften und wir haben zehntausende von Mitgliedern und bis jetzt ist die Unterstützung für unseren Kurs gerade bei den grünen Anhängern mit am höchsten von allen Anhängern demokratischen Parteien Toni danke schön danke für deine Auskünfte deine Positionen dass die umstritten sind dass es im Chat und im Forum eine ganze Menge von Menschen gibt die denen die Galle hochkommt die den Kriegstreiber Hofreiter nur sehen das kennst du vermutlich ja das kenne ich aber den Leuten sollten sich klar sein der Krieg findet längst statt der Krieg ist von Russland begangen worden findet jede Minute statt jede Minute sterben dabei Leute ständig werden Kriegsverbrechen begangen deshalb man möge zur Kenntnis nehmen dass der Krieg bereits stattfindet in aller brutalen Heftigkeit und als Linke bin ich der Meinung man ist auf Seite der Opfer und ist auf Seite der Betroffenen Toni danke schön danke für euer Interesse eure Fragen und auch eure Unterstützung ohne dieses dieses Format nicht gäbe das wisst ihr bis zum nächsten Mal Tschüss zu das dann weiter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020